Das größte Land der Welt. Ein Land, das selbst die meisten Kanadier kaum kennen. Ein Land der Sehnsucht für viele, voll magischer Schönheit und Zauber der Natur. 17.000 Kilometer sind wir geflogen. Viele Orte sind nur aus der Luft zu erreichen. Wir haben Menschen getroffen, die jeden Tag der Natur ein Leben abbringen. Und die uns zwingen, manche Gewissheiten infrage zu stellen. Aus aller Welt kommen sie seit ewigen Zeiten, um hier ein besseres Leben zu finden. In Kanada. Mit 50, 60 Stundenkilometern brettern wir den Porcupine River hinauf Richtung Alaska. Das Boot ist jetzt im Sommer die einzige Transportmöglichkeit, denn Straßen gibt es nicht. Die nächste Chance zum Großeinkauf ist Dawson City. Fast 1400 Kilometer One-Way. Am frühen Morgen sind wir in Old Crow aufgebrochen, 130 Kilometer nördlich des Polarkreises, in Kanadas wildem Westen, in der Provinz Yukon. Wir sind unterwegs mit Harald Frost und seiner Familie. Sie sind vom Stamm der Wuntutkwitschin, die seit mehr als 10.000 Jahren die Region hier im Norden Kanadas und Alaskas besiedeln. Und sie tun das, was sie seit Urzeiten tun. Sie sind Fallensteller und Jäger. Jetzt im Juni bekommen die Tiere ihre Jungen. Deswegen kommen sie nicht raus, sondern bleiben im Hinterland. Sie kommen nur nachts raus, wenn alles ruhig ist. Die Bären aber fressen Wurzeln hier am Ufer. Wir haben eine ganz gute Chance, Bären zu sehen. Grizzlybären oder Schwarzbären. Heute aber scheint sich herumgesprochen zu haben, dass Harald in der Nähe ist. Das einzige Tier, das wir während unserer Stunden auf dem Porcupine sehen, ist ein Adler. In den letzten Jahrzehnten habe sich hier oben viel verändert, meint Harald. Eigentlich würden sie demnächst mit dem Lachsfischen beginnen, aber dieses Jahr würde daraus nichts. Die Ältesten hätten es verboten, um den Bestand zu schützen. Die Fisch-Trawler holen zu viel aus dem Ozean heraus. Sie überfischen. Sie tun das alles nur für Geld. Sie lassen nichts für uns Ureinwohner. Und wir müssen ihre Fehler ausbaden. Dabei ist es doch unsere Nahrung, seit Tausenden von Jahren, lange bevor die alle da waren. Drei Stunden sind wir unterwegs auf dem Porcupine zur Grenze mit den USA. Ein Katzensprung hier im Norden. Harald will mal nach dem Rechten sehen. Hier im Rampathaus hat seine Urgroßmutter gelebt, verheiratet mit einem weißen Pelzhändler. Die kanadische Regierung hat Geld gegeben. Die ehemalige Siedlung an der Grenze soll erhalten bleiben, als Kulturdenkmal. Die Probleme dabei allerdings sind etwas anders als anderswo. Sie ersetzen alle Fenster, die die Grizzlies zerbrochen haben. Das ist Plexiglas. Schwerer einzuschlagen. Aber sie kommen trotzdem rein, wenn sie wollen. 1903 setzten die USA eine Grenze mitten durch das Siedlungsgebiet der Wututkwitschin, die hier seit mehr als 10.000 Jahren leben. Harald stellte das viel später vor ein Problem, das er beherzt löste und er sagt etwas, was sie drüben in den USA wahrscheinlich nicht so gerne hören. Etwas, was aber die meisten Kanadier denken. Meine Frau kommt aus den USA. Ich bin rüber und habe sie von dort gerettet. Denn das hier ist God's Own Country. Es gibt keinen besseren Platz auf der Welt. Auch wenn ich es mir gut vorstellen könnte, mal nach Hawaii zu kommen und mal am Strand zu liegen. Aber das hier ist mein Leben. Harald ist auch eine Art Baubeauftragter des Stammes. Werkzeug, Arbeiter, alles muss über hunderte Kilometer auf dem Fluss hierher transportiert werden. Denn Straßen gibt es nicht. Zwei Dinge, davon auf gar keinen Fall vergessen, wenn man hier unterwegs ist. Insektenspray und die Winchester. Schutz gegen die Kleinsten und die Größten. Schutz gegen Mücken und Grizzlybären. Eines aber ist dann doch sehr viel leichter, als es die meisten Reisenden wohl gewohnt sind. Das ist die Grenze zwischen Kanada und den USA. Du darfst da nicht rüber gehen. Nur ich darf das. Du kannst mich aber nicht stoppen. Hey, den Pass bitte. Du darfst jetzt nicht mehr zurück. Sie beobachten uns vom Satelliten aus. Die sehen dich jetzt auf ihrer Seite. Jetzt hast du ein Problem. Im Winter hätten sie weiter nördlich schon Spuren von russischen Bärenjägern gefunden. Die Russen seien über das arktische Eis gekommen. Hier im Norden gibt es keine echten Grenzen. Harald und sein Sohn führen uns tief in den Wald. Harald Junior ist mit dabei, falls ein Grizzly durchs Unterholz bricht. Harald Senior will uns zeigen, wie man eine ordentliche Wolfsfalle stellt. Er ist stolz auf das, was er tut, denn er gilt hier im Norden als der beste Fallensteller. Die Schlinge wird in einen Wildpfad gehängt. Darunter dann ein Stock, damit der Wolf den Kopf nicht senkt. Die Schlinge fällt dann auf seinen Rücken. Der Wolf geht weiter und die Schlinge zieht sich um seinen Hals. So mache ich das. Wichtig sind saubere Handschuhe wegen des Geruchs. Die hier sind nur zur Demonstration. Zu Hause zeigt er uns dann seine anderen Fallen. Für Vielfraß, Luchse, Nerze, Marder. Viele hat er selbst gebaut. Und dann präsentiert er uns seinen ganzen Stolz. Das hier sind Blauwölfe. Sind die was Besonderes? Ja, die sind sehr selten. Wenn du Glück hast, dann fängst du einen im Leben. Mein Vater hat sein ganzes Leben keinen gefangen. Sein ganzes Leben keinen einzigen Blauwolf. Und du hast zwei? Ja, zwei. Es gibt Leute, die sagen, ihr solltet das nicht mehr tun. Was sagst du denn denen? Wir müssen tun, was wir tun müssen. Es gibt Leute, die sehen es nicht gerne, wenn Tiere getötet werden. Aber unsere Leute überleben dadurch. Unsere Vorfahren brauchten die Fälle, um sich gegen die Kälte zu schützen. Wenn sie das nicht gemacht hätten, dann gäbe es uns als Stamm nicht mehr. Aber warum machst du das denn heute immer noch? Das wäre doch gar nicht mehr nötig, oder? Ich mache das, weil ich mit meinem Vater Fallen gestellt habe und dieses Wissen an meinen Sohn und meinen Enkel weitergeben muss, damit das Fallenstellen bei uns nicht in Vergessenheit gerät. Außerdem hätten Fälle nach wie vor einen recht praktischen Nutzen hier, wo es nur fünf Monate im Jahr von Mai bis September Temperaturen von über 0 Grad Celsius gäbe. Was ist denn das da? Oh, das ist Grizzly. Grizzly-Fell. Ich habe es in den Rahmen geklebt. Warum? Zur Isolation. Es stoppt die Kälte. Wenn du die Tür schließt, kommt der Frost nicht mehr rein. Das Wissen, wie man hier oben im hohen Norden Kanadas überlebt, wo es im Winter schon mal minus 50 Grad kalt werden kann, wird seit Generationen weitergegeben. Seit vor mehr als 10.000 Jahren Haralds direkte Vorfahren über eine Landbrücke in der Beringsee aus Asien hier einwanderten. Haralds Frau Teresa sammelt Beeren und Blätter für Tee. Harald Junior ist mit der Waffe immer dabei. Sie spüren hier jede kleinste Veränderung. Das sind Moosbeeren vom letzten Herbst. Die sollten eigentlich längst abgefallen sein, aber du musst sie noch pflücken. Schau dich um, jetzt im Juni ist schon alles grün, das sollte nicht so sein. Alles drei, vier Wochen zu früh. Das ist Klimawandel. Etwas hat sich verändert. Bei der Brotzeit mit Karibu und Tee wollen wir von Harald Junior wissen, was Kanada für ihn bedeutet. So weit weg von all dem, was man als moderne Zivilisation bezeichnet. Ich würde gern sagen Heimat. Aber wir einheimischen Stämme in Nordamerika werden immer mehr reguliert. Ihr dürft das nicht und jenes nicht. Der Lachs kommt und sie sagen, wir dürfen nicht fischen. Warum ist das so? Wir haben die Natur seit Jahrtausenden geschützt. Jetzt kommen Minenöl und Gaskonzerne immer weiter in den Norden und ihnen wird das Land zur Exploration bereitgestellt. Die Dinge sind nicht mehr, wie sie sein sollten, wie sie mal waren. Viel hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten, auch hier im hohen Norden Kanadas. Die Wundhutkwitschen verschließen sich Veränderungen nicht. Sein Geld hat der Stamm in ein Bauunternehmen und eine Fluggesellschaft investiert mit guter Rendite. Aber sie wollen die Veränderung und deren Geschwindigkeit selbst bestimmen. Das haben ihnen die Ältesten auferlegt. Unsere Ältesten haben uns die Richtung gewiesen, als wir klein waren. Baut keine Straßen, haben sie gesagt. Denn es werden wieder schlechte Zeiten kommen. Wir wurden gelehrt, auf alles vorbereitet zu sein. Stolz zu sein auf das, was wir haben. Wenn wir eine Straße nach Old Crow hätten, dann würden mehr Leute kommen und versuchen, Dinge zu verändern. Wenn die schlechten Zeiten wiederkämen, dann müssten sie wissen, wie man hier im hohen Norden überleben könne, um den Stamm zu retten. Harald will uns zu Hause noch etwas zeigen, was er sich selber beigebracht hat. Für die langen, kalten Winter. Etwas, worauf er besonders stolz ist. Sie meckert immer, dass es zu laut ist. Ich stecke deswegen den Kamm zwischen die Seiten. Das dämpft. Wir verlassen den rauen, wilden Norden Kanadas mit dem Gefühl, dass die Menschen hier nicht rückwärts gewandt sind. Und doch spüren, dass nicht jede Verlockung des Fortschritts ihnen guttut. Menschen, die hier in den endlosen Weiten seit Jahrtausenden überleben. Im Einklang mit der Natur. Von Old Crow fliegen wir knapp 2000 Kilometer Richtung Süden nach Fort McMurray. Von dort geht es dann auf dem Athabasca River, weiter flussabwärts, zu den Mikisukri und den Athabasca Chippewa. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben uns mit Roy vom Stamm der Athabasca Chippewa verabredet. Roy ist eine Art Flusttaxifahrer. Denn auch nach Chippewa gibt es keine Straße. Auf dem Weg wollen wir Bilder machen von den Ölfeldern, die sich hinter den bepflanzten Uferböschungen verbergen. Die Konzerne hatten eine Drehgenehmigung verweigert. Und Roy lehnt ab, anzuhalten. Wenn ihr Bilder machen wollt, dann müsst ihr sie schnell machen. Ich werde nicht langsamer fahren. Deren Sicherheitsdienst hat Boote. Sind die in uns her? Sie werden es zumindest versuchen. Deswegen haben sie die Sicherheit da. Sie wollen nicht, dass Bilder gemacht werden. Merkt euch das. Mit Vollgas geht es dann flussabwärts. Als die Baustelle für eine gigantische Pumpstation in Sicht kommt, dreht Roy noch einmal auf. Nervös blickt er sich um und man spürt, dass er wirklich Angst hat. Er kann es sich nicht leisten, hier auf dem Fluss Ärger zu bekommen. Die haben Jetboote. Die können überall sein. Auch da in den Seitenarmen. Wovor haben die denn solche Angst? Uns dämmert, dass hier mitten in Kanada etwas nicht stimmt. Acht Stunden sind wir auf dem Athabasca unterwegs. Es ist kalt und immer wieder Regenschauer. Ein Höllenritt, den wir so schnell nicht vergessen werden. Für die Menschen hier oben aber täglich Brot. Als wir schließlich in Fort Chippewan am Athabasca-See ankommen, hatten wir alles erwartet. Nur nicht das. Rasensprenger, Luxus-SUVs, wohlhabende Kleinstadt-Idylle. Mitten in den Wäldern Kanadas. In einer Stadt, zu der keine Straße führt und die selbst nur eine geteerte Straße hat. Albert Mercury arbeitet für den Stamm der Chippewan. In den letzten 40 Jahren hätte sich hier alles verändert. Der Reichtum der Leute hier habe einen Grund. Das Geld kommt von den Ölfirmen. Viele haben drei Quarts, drei Autos. Drei, vier von allem. Große Häuser. Man kann das Geld sehen. Die Firmen zahlen allein 50.000 Dollar Antrittsprämie, wenn du für sie arbeitest. Die gut bezahlte Arbeit auf den Ölfeldern habe ihre traditionellen Einkommensquellen, den Fischfang und den Felderhandel ersetzt. Beides seien den letzten Jahrzehnten zusammengebrochen. Die Fische aus dem See seien unverkäuflich. Die Regierung hat uns gesagt, wir sollten den Fisch nicht mehr essen, denn er sei arsenverseucht. Wir dürften höchstens einen Fisch pro Woche essen. Als ich klein war, haben wir zwei, drei Mal am Tag Fisch gegessen. Haben sie euch den Grund genannt? Sie haben gesagt, das hätte natürliche Ursachen. Das sagt die Regierung. Und was denkst du? Ich denke, das kommt von der Industrie. Von den Zellstoffmühlen und der Ölindustrie. Das fließt alles hier rein. Aber nicht nur die Ölindustrie hat ihr traditionelles Leben auf dem Gewissen, erzählen sie hier. Mindestens ebenso schlimm sei eine andere Organisation. Die habe dafür gesorgt, dass sie von ihrem Land nicht mehr leben könnten. Greenpeace hat unserer Fellindustrie sehr geschadet. Als Greenpeace unsere Fellindustrie gekillt hat, wurden wir vom Land in die Gemeinde gezwungen. Das war eine riesige Umstellung für unser Volk. Steve Guterrey ist Chief der Michi Sucree. Heute feiern sie gemeinsam mit den Atherbasket Chippewan Treaty Day. Den Vertrag mit der britischen Krone, der seit 1899 das friedliche Zusammenleben mit den europäischen Einwanderern regelt. Bis heute ist er gültig, aber er hat Risse bekommen. Wir Ureinwohner sind müde, nicht respektiert zu werden. Das Land wurde den Siedlern, unseren armen Besuchern geliehen, um Ackerbau betreiben zu können. Hast du die Ölsandminen gesehen? Wie tief die sind? Das war so nie abgemacht. Die Ölindustrie versucht, den aufkommenden Ärger zu dämpfen. 38 Millionen Dollar haben die internationalen Konzerne bereitgestellt dafür, dass von Chippewan neben dem Festplatz auch eine Sportarena und ein Schwimmbad bekommt. Auch die Stammesfeiern werden gesponsert. Hamburger Nudel- und Kartoffelsalat statt Wild und Fisch. Alles bezahlt von den Großen der Branche. Die tun alles, um ihr Image aufzupolieren. Denn in Fort Chippewan geht die Angst um. Fangen sie an, Fragen zu stellen. Wir haben hier viele Fälle von sehr seltenem Krebs in unserer Gemeinde. Mein Onkel hatte Krebs und ist daran gestorben. Meine Großmutter auch. Meine Tante hat überlebt und ich habe gerade erfahren, dass mein Sohn jetzt auch Krebs hat. Im Hals. Ich weiß nicht genau welchen. Der Doktor, der das alles herausgefunden und es dem Fernsehen erzählt hat, wurde gefeuert. Was ist die Ursache dieses Krebses? Wenn es nicht die Industrie ist, dann beweist es uns. Wenn es etwas anderes ist, dann lasst uns herausfinden, was es ist. Das ist unsere Heimat. Wenn die Industrie weg ist, sind wir immer noch hier. Und sie werden sich wieder anpassen müssen an das, was danach kommt. Von Fort Chippewan geht es für uns weiter nach British Columbia. An Kanadas wilde Pazifikküste. Über Vancouver nach Danny Island. An der Küste des Great Bear Rainforest. Dem letzten intakten Regenwald auf der Nordhalbkugel. Wir sind spät losgekommen in Fort Chippewan und der Flug zieht sich. Sechs Stunden sind wir in der Luft. Die Überquerung des gewaltigen Massivs der Rocky Mountains. Mit einer einmotorigen Maschine hat es zumindest für uns in sich. Immer wieder Wetterfronten, immer wieder schaltet John von Autopilot auf Handsteuerung um. Aber er meint, wir sollten uns mal keine Sorgen machen. Ich würde allen sagen, die etwas nervös werden, wenn wir durch Turbulenzen fliegen, in einem Flugzeug zu sein, ist wie in einem Boot zu sitzen. Die Turbulenzen sind nichts anderes als Wellen auf dem Wasser. Aber auch die können klein oder ganz schön groß und furchteinflößend sein. Da sind wir uns einig. Es ist knapp 9 Uhr abends, als Vancouver in Sicht kommt. Anders als im Norden wird es hier wieder dunkel. Vancouver ist so ziemlich genau das Gegenteil dessen, was wir auf unserer Reise rund um Kanada bislang gesehen haben. Zweieinhalb Millionen Menschen für kanadische Verhältnisse auf engstem Raum zwischen den Bergen der Pacific Coast Range und dem Ozean. Vancouver ist Kanadas pazifischer Umschlagplatz für den Handel mit Asien und den USA. Gut 50 Prozent der Bevölkerung gehört, so die Definition der kanadischen Regierung, einer sichtbaren Minderheit an. Im Vorort Richmond treffen wir auf Menschen, die ein recht merkwürdiges Problem zu haben scheinen. Ich habe Übergröße und ich finde keine Klamotten mehr, die mir passen. Ich kann in Richmond nicht mehr einkaufen. Mir bleibt nur noch der Safeway-Supermarkt übrig. Es wird immer schwieriger, Kleidung zu finden, wie einem passt. Der Kulturwandel spiegelt sich auch in der Kleidergröße. Mein Mann Jeff und ich haben ernsthaft überlegt, zurück nach England zu gehen. Hier war immer unser Zuhause. Wir hatten nie vor, zurückzugehen. Wir sollten uns doch mal in den Einkaufszentren hier in Richmond umschauen. Dann würden wir verstehen, wovon sie sprechen. Und tatsächlich wird uns schlagartig klar, warum es hier schwer sein könnte, für übergewichtige weiße Frauen und Männer Kleidung in ihrer Größe zu finden. Mehr als 50 Prozent der Menschen, die in Richmond leben, kommen aus China und Hongkong. Joey Kwan ist PR-Chefin des Aberdeen-Einkaufszentrums, ist selbst mit ihren Eltern als Kind aus Hongkong eingewandert. Das Leben sei freier und sauberer als in China, aber viele Einwanderer würden dann doch etwas vermissen. Wir versuchen für sie, ein gehobenes Ost-West-Einkaufszentrum zu gestalten. So müssen sie nicht nach Hongkong, China oder sonst wo in Asien fliegen, um ihr gewohntes Essen zu bekommen und einzukaufen. Warum nicht einfach ins Auto steigen und herkommen? Wir treffen uns mit ihrem Chef. Thomas Fung ist einer der reichsten Kanadier. Herzstück seiner Geschäfte ist ein Handels- und Medienimperium. Er betreibt mehrere chinesischsprachige Fernsehstationen und Radiosender und er hat keinen Zweifel an einer glänzenden Zukunft Kanadas. Wasser, Holz, Metalle, sogar Nahrung. Wir haben davon genug. Mehr als die Kanadier konsumieren können. Wenn wir diese Ressourcen exportieren, ist das für Kanadas Finanzen gut. Kanada ist ein guter Platz für Einwanderer aus der ganzen Welt. Und bietet auch die Möglichkeit für sehr gute Geschäfte. Und woher Wachstum und Einwanderung kommen, daran besteht hier in Richmond zumindest kein Zweifel. Es sind vor allem sehr reiche Chinesen, die ihr Geld hier in Kanada von den Kommunisten zu Hause in Sicherheit bringen. Sie kaufen Häuser für ihre Angehörigen, sorgen vor für schlechte Zeiten. Die Preise explodieren. Carrie Starciuk und Roland Högler haben eine Initiative gegründet, Beweise gesammelt, Petitionen geschrieben. Sie wollen, dass chinesische Schriftzeichen aus dem Stadtbild, aus der Werbung verschwinden. Die Chinesen müssen sich anpassen. Es ist überwältigend. Es ist wie eine Militärinvasion. Wir haben eine Gruppe aufgenommen, die sich ihre Sporen noch nicht verdient hat. Wir helfen ihnen, die Leiter hochzusteigen. Fühlt ihr euch ein bisschen so, wie die indianischen Ureinwohner, als die von den Europäern von ihrem Land vertrieben wurden? Ich habe sehr viel Mitgefühl für die Ureinwohner. Sie haben sehr viel durchgemacht und ihre Kultur wurde verwässert. Aber dafür bin ich nicht verantwortlich. Alles, was ich machen kann, ist in die Zukunft schauen. Und nur, weil die Europäer nicht nett zu den Ureinwohnern waren, bedeutet es nicht, dass es sich wiederholen muss. Dass man es uns jetzt heimzahlen muss. Mit Rassismus hätte das alles nichts zu tun. Chinesisches Essen sei prima. Und selbstverständlich hätten sie nichts gegen Chinesen. Wenn die bloß nicht so chinesisch wären, denken wir uns dazu. Das hier ist die vorgelagerte Küste des Great Bear Regenwaldes. Es sind fast 1000 unbewohnte Inseln, die ihre ursprüngliche Flora und Fauna behalten haben. Das gibt uns die großartige Möglichkeit, diese Artenvielfalt in ihrem natürlichen Lebensraum auf den Inden zu studieren. Anderthalb Stunden sind wir von Vancouver Richtung Norden die kanadische Pazifikküste entlang geflogen. Wir haben uns mit Ian McAllister verabredet. Ian hat uns gebeten, den genauen Standort nicht zu nennen. Denn das, was wir sehen würden, wahrscheinlich jedenfalls, sei so einmalig, dass er Trophäenjäger nicht auf die Spur bringen wolle. Es gibt hier eine Vielzahl von Wolfsrudeln auf diesen Außeninseln. Auf dieser abgelegenen Insel aber lebt ein ganz besonderes. Diese Wölfe leben ein richtiges Inselleben. Sie haben gelernt, die Ressourcen des Ozeans zu nutzen. Das ist ein außergewöhnliches Verhalten, ein einzigartiges. Ian McAllister ist ein weltweit bekannter Naturfotograf und Gründer der Umweltschutzorganisation Pacific Wild. Wochenlang liegen Ian und April seine Assistentin auf der Lauer, um solche Aufnahmen zu bekommen. Ihr Ziel ist es, die Schönheit der kanadischen Pazifikküste zu dokumentieren, damit uns allen klar wird, was verloren geht, wenn wir nicht darauf achten. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Jeder große Ölkonzern dieser Welt investiert in den Alberta-Ölsand. Und sie alle wollen das Öl nach Asien exportieren. Es sollen Öl- und Gaspipelines durch den Great Bear-Regenwald gebaut werden, um dann an der Küste die Supertanker für den Transport nach Asien zu beladen. Das Risiko einer Ölkatastrophe an dieser extrem schwer zu navigierenden Küste ist sehr real. Was ein auseinanderbrechender Öltanker für diese Küste bedeuten könnte, wird einem klar, wenn man sich vor Augen führt, dass die Tanker von heute mehr als doppelt so groß sind wie die Exxon Valdez, die 1989 weiter nördlich in Alaska 2000 Kilometer Küste verseuchte, die sich bis heute nicht vollständig erholt hat. Das dürfe sich hier in British Columbia nicht wiederholen. Auch Unterwasser dokumentiert Ian mit fest installierten Kameras und Unterwassermikrofonen den Zauber dieses einmaligen Ökosystems. Aber das hat so seine Tücken. Wir haben hier eine Unterwasserkamera an einem wirklich spektakulären Platz angebracht. Eine geschützte Bucht, wie ein Amphitheater, in das sich die Seehunde vor den Killerwahlen flüchten. Aber auch Seelöwen und Seeotter. Wir müssen da jetzt tauchen und das Mikrofon reparieren. Ein Seeotter hat es aus der Verankerung gerissen. Es ist eine faszinierende, auf den ersten Blick zumindest, friedliche Welt. Die Tiere haben keine Angst vor Menschen, noch nicht. Sie sind vor allem eines, neugierig. Die Unterwasserkamera ist über Kabel mit einer Relaisstation verbunden. Die sendet, wie die vielen anderen Kameras, dann via Wi-Fi auf die Homepage von Pacific Wild. Und von dort kann man dann, solange es hell ist und nicht gerade ein Seehund oder Seeotter, den Stecker zieht, live zuschauen, was hier an der Küste so los ist, über und unter Wasser. Doch auf einmal ist es mit dem Frieden vorbei. Killerwale sind aufgetaucht. Die Gewässer rund um die vorgelagerten Inseln sind ihre bevorzugten Jagdgründe. Denn riesige Seehund- und Seelöwenpopulationen sind hier zu Hause. Hier bringen sie ihre Jungen zur Welt. Die Orcas haben eine einzelne Seekuh ausgemacht. Es beginnt ein Drama, das mehr als zwei Stunden dauern wird. Warum, das wird uns ihn später erklären. Jetzt muss er seine Kameradrohne steuern. Denn was sich hier abspielt, ist nur sehr selten zu beobachten. Sie haben die Seehund- und Seelöwen dem Jungtier zugespielt. Sie haben ihm gezeigt, wie man Seelöwen jagt. Es war eine beeindruckende Lehre und ein sehr seltenes Naturschauspiel. Unglücklicherweise war die Seelöwin nur ein Unterrichtswerkzeug. Die Killerwale seien wohl vollgefressen gewesen. Die schwerverletzte Seelöwin wird ihr Ende aber auf der Insel finden. Im Juni und Juli gebären die Wölfe ihre Welpen. Bedingt durch ihre Lage und zum Glück für das Rudel geben die angeschwemmten Meerestiere ausreichend Nahrung für ihre Neugeborenen her. Wir sind mit ihn und April unterwegs, wollen die Wölfe aufspüren. Ganz ungefährlich ist das nicht, denn auch Wölfe verteidigen ihre Jungen ihn, aber meint, es würde schon nichts passieren. Wir müssten uns nur ruhig verhalten. Am Strand finden wir Spuren. Ich denke, wir haben sie knapp verpasst. Vier, fünf Stunden seien die Spuren alt. Sie führen in den Regenwald. Und wir finden frischen Wolfskot. Das heißt, das Rudel muss in der Nähe sein. Sehr feine Haare sind da drinnen. Ich denke, das ist Seehund. Das Rudel hier sei einzigartig, auch genetisch und mit denen auf dem Festland nicht direkt verwandt. Über Jahre hat ihnen ihr Verhalten dokumentiert. Irgendwann einmal müssen sie viele Kilometer über das Meer geschwommen sein, um auf dieser Insel, um weit vor der Küste heimisch zu werden. Und sie haben sich dem Ökosystem angepasst. Auf das Rudel stoßen wir heute nicht. Zumindest unserem Team ist das ganz recht. Zurück in Danny Island überprüft ihn mit seinen Mitarbeitern, ob alle Kameras funktionieren. Auch die, die er repariert hat. Was Kanada für ihn bedeutet, wollen wir dann noch von ihm wissen. Ich würde gerne sagen, Hoffnung. Aber wenn wir es hier nicht hinbekommen, wenn wir mit all dem, was wir hier glücklicherweise haben, nicht ein Modell entwickeln, dem der Rest der Welt folgen kann, dann bin ich wirklich besorgt, ob wir die ökologische Kehrtwinde auf unserem Planeten schaffen. Für uns geht es weiter, zurück in den Osten Kanadas, 4000 Kilometer. Dem Ende unserer Reise rund um Kanada entgegen. Aber es fällt uns schwer, diesen Ort zu verlassen, der uns in seiner reinen Schönheit so fasziniert hat. Von Danny Island geht es mit zwei Zwischenlandungen nach Montreal, dem kulturellen Zentrum Kanadas. Eine Stadt, die sich so ganz anders anfühlt als der Rest des Landes. Wir sind auf dem Montréal, dem Berg, der der Stadt ihren Namen gab. Jetzt im Juli, im kurzen kanadischen Sommer, blüht die Stadt auf. Aus aller Welt kommen sie, die meisten aber aus den USA, um das zu erleben, was diese Stadt so einzigartig macht. Ein Gefühl von Europa auf dem amerikanischen Kontinent. Vor allem Amerikaner finden, was sie zu Hause vermissen. Julia Furley wird hier demnächst Musik studieren, auch weil es in Montreal nur 20.000 Dollar kostet pro Jahr. Und nicht 70.000, wie in New York, ihrer Heimatstadt. Aber es ist noch etwas anderes, das sie begeistert. Ich liebe das Land. Es ist so schön, dass es überall in der Stadt Klaviere gibt. Du kannst drauf spielen, wann du willst. Das ist so entspannt. Es gibt dir das Gefühl, willkommen zu sein. Die Leute sind freundlich, viel entspannter und so bodenständig hier. Montreal liegt am mächtigen St. Norens Strom, ist Hauptstadt der französischsprachigen Provinz Quebec, die alleine viermal so groß ist wie Deutschland. Und Montreal ist das kulturelle Experimentierlabor dieses riesigen Landes. Ob Architektur, Theater, Varieté oder Musik. Jedes Jahr findet hier eines der wichtigsten Jazz-Festivals der Welt statt. Sprungbrett für Karrieren. Wir haben uns mit einer Newcomer-Band aus Quebec verabredet. Ihre Musik erzählt von dem, was wir in den vergangenen sechs Wochen erlebt haben. Die Leute hier von der Ostküste sind in einer wirtschaftlichen Krise, seit die Fischerei zusammengebrochen ist. Viele sind in den Westen auf die Ölfelder geflohen, weil sie keine Jobs mehr hatten und nicht wussten, was sie tun sollen. Ich will ihre Geschichten erzählen, aber nicht über sie richten. Gleichzeitig aber dürfen wir nicht vergessen, dass wir so nicht weitermachen können. Wir dürfen unseren Boden nicht so missbrauchen. Robin Kuhl und seine Frau Vivian Ordet haben uns mit den anderen Bandmitgliedern von Mentana zum Grillen eingeladen. Es ist Canada Day. Für uns nach all der Wildnis. Savoir vivre. Als Robin uns davon erzählt, was er sich für die Zukunft seines Sohnes wünscht, wird uns noch einmal klar, dass Kanada kein Land wie jedes andere ist. Was meinen Sohn angeht, will ich ihm gerne die anderen Kulturen zeigen. Ich möchte, dass er viel reist, auch andere Provinzen kennenlernt, sodass er stolz sein kann auf seine französische Herkunft. Dass er gut Englisch lernt, vielleicht auch Spanisch. Dass er ein Gefühl für unser großes Land bekommt. Kanada ist nicht nur Quebec. Es gibt so viele unterschiedliche Kulturen. Raus aus der Provinz, die ein Vielfaches größer ist als jedes Land in Europa. Eine Stunde bis zum Auftritt. Eine Radiostation hat sie noch schnell eingeladen. Mentanas Deal ist angesagt. Ihr habt Leute mitgebracht, die für euch extra aus Deutschland gekommen sind. Ihr seid schon internationale Stars nach nur einer Platte. Außergewöhnlich. Klar, wir können schon in Rente gehen. Nein, Scherz. Die kommen vom deutschen Fernsehen und machen eine Dokumentation über Kanada. Und für uns heißt es Abschied nehmen. Unser gemeinsamer Trip geht dem Ende entgegen. Wir haben jede Ecke Kanadas gesehen. So viele unterschiedliche Menschen. Wir sind ungefähr 17.000 Kilometer geflogen. 38 Stunden in diesem Flugzeug. Wir sind auf Schotterpisten gelandet und in einem Schneesturm im Juni. Wir waren einfach überall. Es war eine außergewöhnliche Reise durch ein schier unendlich weites Land, in dem der Sommer auch Winter ist. Und in dem man doch an den abgelegensten Orten spürt, dass es schwer wird, den wahren Reichtum zu verteidigen. Die Vielfalt und die Schönheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vor sechs Wochen sind wir unterwegs. Von Ende Mai bis Anfang Juli. Jetzt im kanadischen Sommer. Im zweitgrößten Land der Welt. Ein Land, das selbst die meisten Kanadier kaum kennen. Ein Land der Sehnsucht für viele, voll magischer Schönheit und Zauber der Natur. 17.000 Kilometer sind wir geflogen. Viele Orte sind nur aus der Luft zu erreichen. Wir haben Menschen getroffen, die jeden Tag der Natur ein Leben abbringen. Und die uns zwingen, manche Gewissheiten in Frage zu stellen. Aus aller Welt kommen sie seit ewigen Zeiten, um hier ein besseres Leben zu finden. In Kanada. Fogo Island, Neufundland, Nordatlantik-Küste. Das kleine Fischerdorf Tilting an Kanadas östlichsten Zipfel. Es ist 10 Uhr abends und hier in Filzschuppen ist die Hölle los. Der Strick- und Häkelklub hat sich getroffen und wir jedes Wochenende lassen es die Damen mal wieder richtig krachen. Eintritt auf eigenes Risiko steht über der Tür. Hier sind Iren drin. Irennen wäre die bessere Warnung, wie wir noch merken werden. Erstmal aber wollen wir wissen, was für sie hier Kanada bedeutet. Winnie Glewin bringt es auf den Punkt. Kanada ist ein Schmelztiegel. Wir kommen aus jeder Ecke der Welt. Doch wir hier in Neufundland sind nochmal anders. Wir pflegen unsere irischen Wurzeln. Wir haben ein so schönes Leben. Wir kommen zurecht. Wir haben keine Taschen voll Geld, aber wir sind glücklich. Aber es ist ein hartes Leben hier in Neufundland, oder? Nein, überhaupt nicht. Ein wunderbares Leben. Wait, no, hang on, hang on. Alle hier heißen Green, Foley oder Glewin und sind irgendwie miteinander verwandt. Worin das Risiko besteht, wenn man hier eintritt, wird recht schnell klar. Ich schwöre, dass ich dich liebe. Du bist meine Beute fürs Leben, säuselt Joan Foley da in mein Ohr. Und versucht mich von ihrem Leben hier zu überzeugen. Wir arbeiten hart. Doch das ist nur ein Teil unseres Lebens hier. Wir arbeiten hart und am Wochenende trinken wir. Rum. Wir singen und haben Spaß. Und am Montag geht's dann wieder zurück zur Arbeit. Zu unserem Leben. Fogo Island liegt an der sogenannten Eisbergallee. Jetzt im Sommer treiben mit der Labrador-Strömung Tausende vorbei. Vor mehr als 300 Jahren siedelten hier Fische aus England, Irland und Schottland. Auf der Flucht vor Hunger und Verfolgung. Auf der Suche nach einem besseren Leben. Fogo war unbewohnt, als die ersten Fischer kamen. 24 Kilometer lang und 12 Kilometer breit. Vielen Bewohnern gilt ihre Insel als eine der vier Ecken der Welt. Randy Snow hat unsere Kamera gesehen und hält spontan an. Er kommt gerade vom Fischen, zeigt uns sein Abendessen. Fangfrischen Hummer. Die gab es lange nicht mehr hier. Aber sie kommen zurück. Die waren wohl verschreckt. Sie kommen wieder. Es ist ein besonderer Menschenschlag, der an diesem rauen Ort lebt. Ein Ort, an dem Männer mit Keschern und Äxten aufs Meer hinaus fahren. Männer wie Randy Snow. Er will uns etwas zeigen. Kaum haben wir den Motor angeschmissen, ruft seine Frau an, wo er denn schon wieder bleibe. Er könne nicht, müsse raus aufs Meer, ein paar Fremden. Unbedingt etwas zeigen. Unter Wasser ist der Eisberg noch neunmal größer, heißt es. Gut für jede Menge Drinks. Jede Menge Drinks. Randy steuert einen kleinen Eisberg an. Und jetzt wird klar, wofür er die Axt mitgenommen hat. Wir sollen uns ein Stück für unsere Drinks am Abend rausschlagen. So würden das hier alle machen. Doch plötzlich säuft der Motor ab und wir fragen uns, ob es nicht doch besser wäre, das Eis einfach an der Tankstelle zu kaufen. Als der Motor wieder anspringt, bringt Randy uns aus der Gefahrenzone. Das Boot hätte zerschälen können, meint er. Und dann tritt Plan B in Kraft. Tausende und Abertausende Jahre alt. Was willst du mehr? Frisch aus dem Ozean. So was gibt's in der Stadt nicht. Da ist alles voller Smog. Bei uns aber gibt es keine Umweltverschmutzung. Schau, da hinten kannst du es jetzt sehen. Dieses weiße Gebilde da. Das Inn. Direkt an der Küste, Wind und Wetter ausgesetzt, liegt es vor uns. Das Fogo Island Inn. Ein Hotel der absoluten Spitzenklasse. Wie es so auf der Welt kein zweites gibt. Die Idee dazu hatte die Multimillionärin Sita Kopp. Eine Übernachtung im Doppelzimmer beginnt bei knapp 600 Euro. Ohne Frühstück. Inklusive Vollpensionen können es auch mehr als 2000 Euro sein. Die 29 Zimmer des Hotels sind meistens ausgebucht. Es kommen die, die glauben, alles schon gesehen zu haben. Und die, die das Besondere suchen. Die Wale schwimmen hier in großer Zeit vorbei. Die Wale kommen im Juni. Und viele Gäste bleiben hier im Zimmer und beobachten sie. Im Frühling kommt das Packeis. Eisberge. Und im Herbst haben wir dann diese großen Vogelschwärme. Enten, die sich hier auf dem Wasser niederlassen. Es ist ein Beobachterparadies. Und du musst noch nicht mal dafür rausgehen. Stühle, Tische, Betten, Decken. Selbst die Tapeten, alles wurde auf Fogo oder in der Provinz Neufundland hergestellt. Das allermeiste handgemacht. Und natürlich gibt es hier keine Fernseher. Auch das Essen kommt aus der Region. Das Fogo Island Inn ist zu einem Wirtschaftsmotor für die kleine Insel geworden. Mehr als 100 Inselbewohner arbeiten direkt in dem Hotel. Und noch viel mehr in den Zulieferbetrieben. Überall auf der Insel. Oder den Nachbargemeinden. Ich liebe meine Heimat. Damit ging alles los. Ich habe nicht erwartet, dass jemand vom anderen Ende der Welt hierher nach Fogo kommt und herauszufinden versucht, was man Nützliches machen könnte. Das ist unser Job als Fogo Islander. Aufgrund meiner Karriere war ich in der Situation, über genügend finanzielle Mittel zu verfügen, um das hier zu machen. Was sollte ich sonst tun? Das ist das einzig Richtige. Ich bin eine Tochter Fogo Islands. Sita ist Anfang 50 und sie hat Fogos Zukunft in die Hand genommen. Als Finanzvorstand eines Technologiekonzerns in Kalifornien machte sie ein Vermögen. Sie hörte mit 42 auf zu arbeiten, verkaufte ihre Aktienanteile für mehr als 50 Millionen Dollar und kehrte zurück nach Fogo. Sie steckte ihr Geld in eine Stiftung, die soll den Menschen hier helfen, sich ein Leben aufzubauen und zu bleiben. Ihre erstaunliche Geschichte begann in den 60er Jahren, als die Kabeljau-Fischerei zusammenbrach und die Fischer nach Auswegen suchten. Ihr Vater aber hätte damals resigniert. Er war schon etwas alt zu diesem Zeitpunkt und er konnte weder lesen noch schreiben und so auch nicht lernen, mit den neuen Technologien umzugehen und sich anzupassen. Seine Reaktion war, ich bin fertig hier. Unser Leben als Familie geht jetzt nach acht Generationen auf dieser Insel zu Ende. Ihr Kinder bekommt eine Ausbildung, denn hier gibt es nichts mehr für euch. Ich habe dann Wirtschaft studiert und er ist tot, gegangen. Ich frage mich oft, was er wohl denken würde, dass ich wieder zurückgekommen bin und weitermache, alles fortsetze. Für sie aber sei immer klar gewesen, dass sie zurückkommen werde, denn das hier sei das wahre Leben und was sei schon persönlicher Reichtum. Ich sehe das Leben als Kontinuität, als große Aneinanderreihung von Weisheiten. Mein Job ist es, sicherzustellen, dass ich etwas von Wert an die weiterreiche, die nach mir kommen. Dass ich Dinge schaffe, an denen sich Menschen festhalten können. Und dann, wenn ich gegangen bin, müssen die, die nach mir kommen, dasselbe tun, sonst sind wir alle verloren. Im kleinen Hafen von Seldom haben wir uns verabredet. Seit mehr als 40 Jahren fischen, Mary und Aubrey Payne gemeinsam. Und auch sie haben ihre Zukunft in die eigene Hand genommen. In einem Alter, in dem die meisten Menschen in Deutschland schon längst in Rente sind. Das Boot habe ich mit meiner Frau und einem meiner Söhne gebaut. Wir haben Fieberglas verwendet. Das war neu hier. Bis dahin hatten alle immer nur mit Holz gebaut. Die meisten Leute hier haben sich gewundert, was wir da bauen, was da wohl rauskommen wird. Als ich dann das fertige Brot aus dem Schuppen gebracht habe, waren alle richtig erstaunt. Ich war selbst überrascht. Ist es normal hier, dass Frauen und Männer zusammenarbeiten? Nein. Ja, und nein. Eigentlich nicht. Als wir zusammen angefangen haben zu fischen, durften Frauen das nicht. Das Boot war kein Platz für eine Frau. Das war so eine Art Gesetz. Als ich mit ihm dann trotzdem zum Fischen rausgefahren bin, habe ich mich beschwert. Ich habe mir das nicht gefallen lassen. Und immer wenn ich jemanden von der Regierung getroffen habe, habe ich gesagt, sie zahlen den Männern im Winter Arbeitslosengeld. Wieso bekomme ich keins? Die meinten, dafür müsste ich arbeiten. Tue ich doch. Sogar besser als viele Männer, habe ich gesagt. Mein erster Arbeitslosencheck war dann 15 Dollar. Aber heute bekomme ich das Gleiche wie jeder Mann. Eigentlich wollte ich nur aushelfen. Aber dann bin ich zur richtigen Zicke geworden. Nordatlantik, es ist kurz nach vier morgens und bitterkalt. Vor zwei Stunden haben wir den Hafen von Salem verlassen. Mary und Aubrey haben uns mitgenommen zum Fischen. Es wird ein langer, harter Tag, 16 Stunden auf hoher See. Gegen 5 Uhr geht die Sonne hinter den Eisbergen auf, die die Strömung im Frühsommer aus der Arktis heruntertreibt. Es seien diese Momente, für die es sich lohnen würde zu leben, meinen beide. Ein wunderbarer Tag und doch in jeder Sekunde gefährlich. Das Gefährlichste sind die großen Eisbrocken, die von den Eisbergen abplatzen und die kaum aus dem Wasser schauen. Wir nennen sie Downers, Absäufer. Du kannst sehr schnell in sie hineinfahren, denn man sieht sie nicht auf dem Radar. Sie können ganz schnell ein Loch in dein Boot reißen. Da musst du höllisch aufpassen. Das gilt nicht nur für Boote wie meins, sondern auch für die großen Stahlboote. Auf dem Weg zu den Fanggründen müssen die Köder präpariert werden. Squid, Tintenfisch. Tintenfisch, angeliefert tiefgefroren aus Südkorea. Warum kauft ihr den Köder und fangt ihn nicht selbst? Squid kommen bei uns nur alle sieben Jahre vorbei. Wir haben schon seit Jahren keinen Tintenfisch mehr gefangen. Und warum verwendet ihr keinen anderen Fisch? Tintenfisch ist härter, hält länger und bleibt am Haken. Würden wir Hering nehmen, würde der nicht lange halten. Außerdem sei es billiger als den Köder selbst zu fangen und Hering würde fürchterlich stinken. Nach drei Stunden Fahrt wird das erste Fanggeschirr eingeholt. Mary und Aubrey sind aus der Not heraus Krabbenfischer geworden. Als es immer weniger Kabeljau gab, waren unsere Netze plötzlich voll mit Krabben. Aber wir konnten nichts damit anfangen. Keiner wollte die. Eine kleine Firma hier in Neufundland hat dann nach einem Markt gesucht. Und der entwickelte sich. Immer mehr Leute wollten Krabben haben. Und so haben wir hier einer nach dem anderen mit dem Krabbenfischen angefangen. Man kann sagen, die Krabben haben uns hier in der Provinz gerettet. Mit einem Messgerät überprüfen Mary und die Crew, ob die Krabben die Mindestgröße haben. Es geht darum, den Bestand zu schützen, der ihre Lebensgrundlage ist. Aber Krabben sind zu einem Billigprodukt geworden, seit die Industrieflotten den Markt kontrollieren. Für Aubrey und Mary geht es um jedes Pfund. Wie viel bekommt ihr für einen Pfund? 2,45. Wir bekommen 2,45 Dollar. Der Preis sollte um die 3 Dollar liegen. Aber wenn wir Preise verhandeln, dann verhandeln wir zunächst Mindestpreise, unter denen es gar nicht mehr geht. Wir versuchen dann später nachzuverhandeln. Aber meistens bekommen wir doch nur den Mindestpreis. 2,45 Dollar. Wir durften erst an Bord, nachdem wir Mary unsere Hände gezeigt hatten. Denn Leute, die nicht hat arbeiten könnten, hätten an Bord nichts verloren. Die Künstler an Kamera und Ton seien entschuldigt. Aber einer sollte es schon mit anpacken und nicht im Weg rumstehen. Und aufpassen sollten wir, dass wir nicht über Bord gehen, denn das sei schnell passiert. Ich habe mich im Fanggeschirr verheddert und wurde über Bord gezogen. Wir waren nur zu zweit an Bord. Eine schreckliche Situation. Ich war im Wasser und habe hochgeschaut und mir gedacht, eigentlich müsstest du da oben stehen und arbeiten. Und jetzt bin ich hier im Ozean. Ich denke, ich war völlig überarbeitet. Fast zehn Minuten war er im eisigen Wasser, bevor Mary ihn herausziehen konnte. Das überleben wahrscheinlich nur Neufundländer. Für uns geht der Tag nach bald 16 Stunden auf hoher See langsam zu Ende. Auf der Rückfahrt muss sich Aubrey wieder voll konzentrieren. Wir aber können uns kaum satt sehen. Was sie von Cita Cobb und ihrem Hotel hält, dem Fogo Island Inn, fragen wir Mary. Und sie gerät ins Schwärmen. Eines Tages bekamen wir eine Einladung per Post. Jede Seele hier auf der Insel bekam eine kostenlose Übernachtung. Und wir wurden wie Könige behandelt. Was hast du gedacht, als die Idee für das Hotel zum ersten Mal aufkam? Ich habe nicht gedacht, dass das hier funktionieren würde, dass Gäste kommen. Aber ich kannte Cita Cobb nicht. Jetzt, wo ich sie getroffen habe, habe ich keine Zweifel mehr, dass sie die Leute herbringen wird. Zurück im Hafen muss der Fang den Fischerei-Inspektoren vorgeführt werden. Die Kontrollen sind streng. Denn den Fischern hier auf Fogo könnte schon bald das bevorstehen, was sie vor 50 Jahren schon einmal durchgemacht haben, als der Kabeljau verschwand. Erzählt uns Phil Barnes, Geschäftsführer der Kooperative. Doch es gäbe einen Unterschied zu damals. Es gibt diesmal nichts mehr, worauf wir zurückgreifen könnten. Es gibt keinen Fisch als Ersatz. Wir haben auf Muscheln, Kappen und Schrimp umgestellt, als der Kabeljau verschwand. Aber diesmal wird das nicht funktionieren. Es ist nichts mehr da. Aber wir werden auch das überleben. Wir arbeiten daran. Niemals aufgeben, niemals jammern, immer nach vorne blicken und am Wochenende in Filz schuppen ein Neufundland rum auf Eisbergeis. Ein gutes Leben, wie sie hier sagen. Aber trink nicht so viel davon. Wir brechen am nächsten Morgen auf. Ab jetzt geht es nur noch mit dem Flugzeug weiter. Unsere Zuladung ist begrenzt. Wir müssen das Startgewicht der Maschine einhalten. Für jede Unterhose, jedes Paar Schuhe, jede Batterie kann weniger Sprit getankt werden. Das aber ist gefährlich, denn im Notfall muss genügend Treibstoff im Tank sein, um die ganze Strecke auch wieder zurückfliegen zu können. Die Flüge in den hohen Norden hätten es oft in sich, meint John Tory, unser Pilot. Was ist denn die größte Herausforderung bei den Flügen in die Arktis? Die sich ständig ändernden Wetterverhältnisse. Manchmal findet man es erst beim Landeanflug heraus. Normalerweise erfährt man so vier bis fünf Stunden vorher, was einen erwarten könnte, aber verlassen kann man sich darauf nicht. Wie schnell es gehen kann, erfahren wir gleich beim Anflug auf Iqaluit. John und sein Co-Pilot haben Mühe, die Maschine auf Kurs zu halten. Ein kräftiger Blizzard, ein Schneesturm, ist wie aus dem Nichts aufgezogen. Jetzt, Anfang Juni. Beim Auftanken schneit die Maschine ein. Es muss alles schnell gehen. Tanken, enteisen und so schnell wie möglich wieder hoch, bevor der Schnee an den Tragflächen festfriert. Und weil John nichts dem Zufall überlassen will, greift er selbst zum Besen. Iqaluit war der zweite Tankstopp, seit wir vor fünf Stunden in Neufundland aufgestiegen sind. Knapp drei Stunden liegen noch vor uns, nach Pond Inlet in der Arktis. Es ist ein schier endloser Flug über Schnee und Eis. Nunavut, so heiß die Region hier oben, ist fast sechsmal so groß wie Deutschland. Und doch leben hier im ewigen Eis nur gut 30.000 Menschen. Es ist 9 Uhr abends, Pond Inlet kommt in Sicht. Ein kleiner, brauner Fleck im endlosen Weiß. Schon der Anflug atemberaubend. Es gibt nur wenige Siedlungen auf der Welt, die noch weiter nördlich liegen. Jetzt im Juni geht die Sonne nicht mehr unter. Und wir verlieren schnell jegliches Zeitgefühl. Noch mitten in der Nacht spielen die Kinder auf der Straße. Der Lebensrhythmus richtet sich nicht mehr nach Tag und Nacht. Am nächsten Morgen treffen wir uns mit Colin Saunders. Er ist so etwas wie der Verwaltungschef der Gemeinde. Und eine Illusion will er uns gleich, will er uns von Anfang an nehmen. Es gibt jede Menge Märchen, die andere Kulturen über uns Inuit erzählen. Aber hört zu, wir Inuit rubbeln unsere Nasen nicht aneinander. Das ist ein uraltes Märchen aus der Zeit der Walfängern, das sich schon ewig hält. Wir riechen an den Bäckchen unserer frisch geborenen Babys, daher kommt das. Also kein Nasenrubbeln? Nein, kein Nasenrubbeln. Nein, Inuit rubbeln sich nicht die Nasen. Ich bin froh, dass wir das schon mal geklärt haben. Bevor wir aber weiter drehen, sollten wir besser mit dem Bürgermeister sprechen, meint Colin. Denn die Leute hier seien misstrauisch gegenüber ausländischen Journalisten. Besonders solche mit Kamera. Und das ist der Bürgermeister. Wir treffen ihn bei seinen Hunden. Er gilt als der beste Jäger hier im arktischen Norden. Und es heißt, man müsse hoffen, dass er und seine Huskys nach einem suchen, wenn man im Eis verloren ginge. Keiner kenne die Arktis und ihre Gefahren besser. Und Charlie Inuarak legt gleich los. Er spricht Inuktitut, die Sprache der Inuit. Ihr Europäer glaubt doch alles. Jeden Mist, den man euch erzählt. Ihr wart noch nie hier und glaubt trotzdem, dass wir hier 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über jagen gehen. Aber so ist das nicht. Wir jagen im Sommer genau so viel, dass wir für unsere Familien im Winter genügend Fleisch haben. Es ist nicht so, wie ihr Europäer glaubt, dass wir hier wahllos Robben töten. Wir sind Inuit. Wir müssen das tun, um zu überleben. Immer wieder fragt er uns, ob wir heimlich für Greenpeace arbeiten würden. Denn die haben sie hier gefressen. 2009 hatte die Europäische Union auch auf Drängen von Greenpeace ein Importverbot für Seehundfälle erlassen. Dem einzigen Produkt, das ein bisschen Geld in die Kassen der Jäger gebracht habe. Greenpeace hat sehr negative Auswirkungen auf uns, bis heute. Erst die Seehunde und jetzt sagen sie, dass die Eisbären wegen der Erderwärmung verschwinden. Aber das stimmt nicht. Es gibt hier so viele, manche so fett und vollgefressen, dass sie im Eis einbrechen. Greenpeace kommt für ein paar Tage oder einen Monat mit dem Flugzeug eingeflogen, macht eine Untersuchung und ist dann wieder weg. Sie haben vielleicht gute Absichten, aber ihre Informationen sind falsch und ihr glaubt ihnen und erlasst Quoten und Verbote. Das ist nicht in Ordnung. Charlie meint, wir sollten uns selbst ein Bild machen und mit einem der Jäger rausfahren. Es könne aber ein bisschen ungemütlich werden, denn der große Ofen, wie sie diesen Berg hier nennen, würde rauchen. Und das bedeutet, dass ein Blizzard aufzieht. Wir haben uns mit Shady Tagak arrangiert. Er wird uns rausbringen zum Flow Edge, wie sie den Ort nennen, wo Eis und Ozean aufeinandertreffen. Zu den Jagdgründen der Inuit. Auch Shady gilt als erfahrener Jäger und ist außerdem Canadian Ranger. Worauf müssen wir besonders aufpassen? Cracks, Risse im Eis. Und das Wetter, wird's kalt? Nein, nicht kalt, nur ein bisschen windig da draußen. Ein bisschen windig da draußen. Aber Charlies Wettervorhersage macht uns dann doch ein bisschen unruhig. Und das Wort kalt hat hier in der Arktis ganz offensichtlich eine andere Bedeutung. Wir müssen schnell lernen, denn die Arktis verzeiht keine Fehler. Auch nicht jetzt im Sommer bei nur 10 Grad Minus. Zwei Wochen zuvor erst starben nicht weit von hier zwei holländische Wissenschaftler im Eis. Sie hatten die Gefahren unterschätzt. Einer brach durchs Eis, der andere erfror. Selbst die erfahrensten Jäger kann es hier draußen jederzeit treffen. Es war Winter, so um die minus 50, als unser Schneemobil kaputt ging. Meine Klamotten waren eingefroren. Wir hatten nichts zu essen. Wir haben uns einen Fettstift für die Lippen und ein Stück See und Fell geteilt und gegessen. Jeder die Hälfte. Das war alles, was wir hatten. In elf Tagen. Glück gehabt, oder? Das kannst du wohl sagen. Wirklich Glück gehabt. Und schon bald bekommen auch wir eine leise Vorstellung von dem, was uns erwartet. Wie gefährlich das Leben hier oben sein kann. Das ganze Jahr über. Jetzt im Sommer bricht das Eis auf und gigantische Schollendriften auseinander. Mit Vollgas springt zuerst das Schneemobil über die Spalte. Dann wird der Schlitten rübergezogen. Über tiefes, eisiges Wasser. Manche dieser Risse sind so breit, dass jeder Versuch der Querung schon zum Abenteuer wird. Zumindest für uns. Acht Stunden geht es so weiter. Immer wieder Schrecksekunden und durchatmen danach, dass alles gut gegangen ist. Zwischendurch kurzer Stopp. Die Motoren müssen abkühlen. Zeit für eine Stärkung. Es gibt Teehund für uns Ausländer. Gekochtes Karibu. Rentier. Rohen Seehund. Wollen sie uns nicht zumuten. Noch nicht. Selbstgeschossen? Ja. Vegetarier hätten hier im ewigen Eis keine Überlebenschance. Das wird uns schlagartig klar. Elisha, Shetis Helfer, erzählt uns von dem Moment, als er zum ersten Mal etwas anderes zu essen sah. Als Fleisch. Ich war fünf oder sechs, als ein Schiff kam. Unsere Leute haben das Boot ausgeladen und ich habe was gerochen. Etwas, das so gut roch, wie ich es noch nie erlebt hatte. Ein Mann stand vor mir und ich dachte, der Typ ist ein Ball, der so gut riecht. Ich stand da und habe ihn beobachtet, wie er diesen Apfel aß. Dann hat er mir einen geschenkt. Er hat mir einen geschenkt. So lecker hat er gerochen. Besser als alles, was ich bis dahin kannte. Wenn ich heute einen Apfel esse, erinnert mich das an meine Kindheit. Den Geruch werde ich nie vergessen. Während unserer Brotzeit sehen wir etwas an einem Hang. Was ist denn das da oben? Das sind Gräber. Wer liegt denn da? Wallfänger. Als wir uns die Gräber dann genauer ansehen, eine Überraschung. Es sind zwei Deutsche, die hier am Ende der Welt begraben liegen. Arthur Haack aus Klobicke in Brandenburg, gestorben Ende März 1915. Und Frederik Bockenhauser, gestorben 1907. Beide sind erfroren, erfahren wir später. Sie liegen hier im Permafrost weit entfernt von ihrer Heimat. Fremde, für die die Arktis zum Verhängnis wurde. Wer hier unterwegs sei, meint Shady, dürfe sich keine Gelegenheit entgehen lassen, das zu tun, was man tun muss, wenn man überleben will. Ein Seehund schießen. Denn rohes Seehundfleisch wärme den Körper von innen. Oft würden die Tiere an den Cracks auftauchen. Normalerweise würde er jetzt auf dem Weg raus zum Flowage ein paar Seehunde schießen. Für alle Fälle. Aber nicht, wenn ein Fernsehteam aus Europa dabei sei. Die Risse aber seien eigentlich ein guter Ort für die Jagd. Oft könne man die Robben unter dem Eis hin und her schwimmen sehen. Heute aber hat sie wohl unsere Kamera verschreckt. Es ist kurz nach 8 Uhr abends. Vor uns liegt dann das Flowage. Ein magischer Ort, an dem Himmel, Ozean und Eis zu verschmelzen scheinen. Es ist kurz nach 2 Uhr abends. Es ist kurz nach 6 Uhr abends. Es ist kurz nach 7 Uhr abends. Es ist ja schon in 4 Uhr abendet! Es ist kurz nach 4 Uhr abends. Shati prüft das Eis, sucht nach einem geeigneten Ort für unser Lager. Die allergrößte Gefahr hier draußen ist, dass wir in den arktischen Ozean getrieben werden, sollte sich das Eis, auf dem wir schlafen, lösen. Fast 2000 Kilometer vom nächsten Rettungshubschrauber entfernt. Shati formt einen kleinen scharfkantigen Schneehaufen und peilt die Berge an, die gut 30 Kilometer entfernt sind. Inuit GPS nennt er das. Manchmal fängt das Eis an, sich zu bewegen und die Spalten werden immer breiter. Ich suche mir einen Fixpunkt an Land und kann so sehen, ob der Ort, an dem wir sind, sich verschiebt. Morgens, mittags, abends, alle paar Stunden müssen wir checken, ob das Eis noch stabil ist. Wenn wir uns bewegen, müssen wir dann weg? Dann müssen wir sofort los. Dass sich Scheunen hier draußen am Flohage lösen, passiert ständig, sagt uns Shati. Immer dann, wenn die Wellen das Eis heben, bis es schließlich bricht. Immer wieder werden Jäger hinausgetrieben. Auch den erfahrensten passiert das. Wir hatten Angst. Das Eis trieb mich und meinen Freund raus. Du weißt nicht, wohin es dich treiben wird. Es hat gestürmt und Pond Inlet war mindestens 100 Meilen entfernt. Wir waren damals ganz weit da draußen. Fast 200 Kilometer wurden Shati und sein Freund hinausgetrieben. Elf Tage hatte es gedauert, bis ein Hubschrauber sie retten konnte. Für uns hält Shatis 16-jähriger Enkel Billy Nachtwache. Er muss Alarm schlagen, wenn das Eis, auf dem wir schlafen, in Bewegung gerät. Die Waffe aber braucht ihr für eine Gefahr, die noch sehr viel konkreter ist. Die Bären, die sind hungrig. Und was wollen die bei uns hier? Sie suchen nach Fressen. Und was machst du dann? Ich erschieße ihn. Es ist weit nach Mitternacht, Taghell und wir hoffen, dass Billy den Eisbären in diesem diffusen Licht auch wirklich bemerkt, bevor er ins Lager kommt. Nicht weit von unserem Biwak entdecken wir am nächsten Morgen Eisbärspuren. Und wir folgen ihnen. Billy meint, sie seien einige Stunden alt. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein. Ein paar Meter weiter macht Billy eine Entdeckung. Die Überreste eines Polarfuchses. Was ist denn da passiert? Der Polarfuchs ist dem Bären gefolgt. Er hat ihn dann überrascht und gefressen. Eisbären seien sehr schnell und sehr, sehr gefährlich. Sein Großvater hält derweil Ausschau, will vermeiden, dass wir eine böse Überraschung erleben. Und dann sieht er sie. Weit, weit weg. Eine Eisbärmutter und ihre beiden Jungen. Drei kleine Punkte, mit bloßem Auge kaum zu sehen. Sie laufen Richtung Westen. Irgendwo da durch das rauhe Eis. Es ist sehr schwer, sie da zu sehen. Wir stoßen auf eine andere Gruppe Jäger. Sie kommen aus Arctic Bay, hunderte Kilometer entfernt. Sie warnen uns, der Wind habe gedreht. Wir müssten aufpassen. Wenn der Wind von dort kommt und stärker wird, müssen wir uns so schnell wie möglich in Richtung Land bewegen. Sonst werden wir weggetrieben. Das ist mir vor zwei Jahren passiert. Und dann meinen sie noch, wir sollten uns bedienen. Sie hatten vorhin einen Seehund geschossen. Shetty lässt sich das nicht zweimal sagen und packt unser Abendessen ein. Und ich solle doch mal probieren, roher Seehund sei das Beste. Hm, schmeckt gut. Zartes Fleisch, das leicht nach Meer schmeckt. Die einzige Vitaminquelle hier im hohen Norden, die das ganze Jahr über zur Verfügung steht. Ich glaube, Greenpeace liegt völlig falsch, wenn sie den Handel unterbinden wollen. Seehunde sind voll mit Vitamin C und D. Unsere Vitamine bekommen wir von den Tieren, die wir jagen. Dass wir die Felle aber nicht verkaufen dürfen, trifft uns Inuit sehr. Es ist der einzige Weg, wie wir hier mit unserer Jagd Geld machen können. Als wir wieder aufbrechen, wird Shetty plötzlich unruhig. Er glaubt, etwas gesehen zu haben und greift nach dem Fernglas. Und dann ist er da. Der Eisbär. Doch er scheint nicht besonders hungrig zu sein, nimmt keine Notiz von uns. Als wir uns vorsichtig nähern, rennt er davon und schwimmt schließlich hinaus aufs Meer, bis wir ihn nicht mehr sehen. Bis er eins wird mit Himmel, Eis und Ozean. Bis zum nächsten Mal. Es sei nicht der Klimawandel, der die Tiere und das traditionelle Leben der Menschen hier oben in der Arktis am meisten bedrohe. Erfahren wir, als wir am Abend wieder in Pond Inlet zurück sind. Colin Saunders erzählt uns von der Eisenmine, die demnächst 200 Kilometer südlich mit dem Schürfen beginne. Und die das Erzland zehn Monate im Jahr durch den Fjord in die ganze Welt transportieren wolle. Die Gegend hier um Pond Inlet ist seit Jahrtausenden unser Jagdgebiet. Wenn jetzt Eisbrecher das Wasser offen halten, im November, Dezember und Januar, wenn sich das Eis bildet, gibt es ein Problem. Wir reden von offenem Eis, das vier, fünf Schiffen pro Woche die Durchfahrt ermöglichen könnte. Für uns Inuit wird es dann schwer, das Gebiet zu nutzen. Es wird den traditionellen Lebensstil beeinträchtigen. Grundsätzlich sei das mit der Mine schon in Ordnung, meint Colin. Die Menschen bräuchten Jobs hier oben fernab von allem. Denn seit der Handel mit Seehundfällen zusammengebrochen sei, würden die meisten mittlerweile von staatlicher Unterstützung leben. Vor allem die Jungen hätten keine Perspektive mehr. Doch es müsse eine Balance gefunden werden zwischen Veränderung und Bewahrung der Kultur. Wir aber verlassen Pond Inlet mit dem Gefühl, dass es schwer wird für die Inuit, ihre Kultur gegen die Interessen der internationalen Tierschutzorganisationen und Minenbetreiber zu verteidigen. Hier in der Arktis, in Nunavut, in Kanadas Norden. Für uns geht es von Pond Inlet mit einem Tankstopp in Cambridge Bay, 2500 Kilometer Richtung Westen in die Provinz Yukon, nach Old Crow, 130 Kilometer nördlich des Polarkreises. Für mich ist das ganz klar ein Once-in-a-Lifetime-Trip. Das ist die Art von Auftrag, die sehr selten ist. Mit euch hier an all diese Orte zu fliegen, mein Land kennenzulernen, wie ich es noch nie gesehen habe, ist einfach unglaublich. Und ich glaube nicht, dass diese Chance in meinem Leben je wiederkommt. In Old Crow holt uns Dorfpolizist Adolf Mohr ab. Der Tauer habe ihn gerufen, weil wir so viel Gepäck hätten, meint er. Er sei mal was anderes, meistens gehe es nur darum, Grisli-Bären zu verscheuchen. Die Jagdhütten plündern wollten. Wir werden Menschen treffen, die eine klare Vorstellung davon haben, was Freiheit bedeutet. Und die sorgenvoll in die Zukunft blicken, hier im Yukon. Als ich herkam, hattest du dein Gewehr auf dem Rücksitz deines Pick-up-Trucks. Man brauchte keine Sicherheitsgurte, konnte einfach losfahren. Jeder wusste, wo du bist, denn schließlich gab es nicht viele Plätze, zu denen man fahren konnte. Heute brauchst du einen Fahrradhelm für dies, einen Sicherheitsgurt für das. Dein Gewehr darf nicht mehr offen im Wagen liegen, sondern muss immer unter Verschluss sein. Je mehr Menschen hier leben, desto mehr Regeln und Vorschriften werden gemacht. Draußen aber, in der großen Weite, da gibt es sie noch. Die Freiheit. Nervös blickt er sich um und man spürt, dass er wirklich Angst hat. Er kann es sich nicht leisten, hier auf dem Fluss Ärger zu bekommen. Die haben Jetboote, die können überall sein, auch da in den Seitenarmen. Wovor haben die denn solche Angst? Uns dämmert, dass hier, mitten in Kanada, etwas nicht stimmt. Acht Stunden sind wir auf dem Athabasca unterwegs. Es ist kalt und immer wieder Regenschauer. Ein Höllenritt, den wir so schnell nicht vergessen werden. Für die Menschen hier oben aber täglich Brot. Als wir schließlich in Fort Chippewan am Athabasca-See ankommen, hatten wir alles erwartet. Nur nicht das. Rasensprenger, Luxus-SUVs, wohlhabende Kleinstadt-Idylle, mitten in den Wäldern Kanadas. In einer Stadt, zu der keine Straße führt und die selbst nur eine geteerte Straße hat. Albert Mercury arbeitet für den Stamm der Chippewan. In den letzten 40 Jahren hätte sich hier alles verändert. Der Reichtum der Leute hier habe einen Grund. Das Geld kommt von den Ölfirmen. Viele haben drei Quarts, drei Autos, drei, vier von allem. Große Häuser, man kann das Geld sehen. Die Firmen zahlen allein 50.000 Dollar Antrittsprämie, wenn du für sie arbeitest. Die gut bezahlte Arbeit auf den Ölfeldern habe ihre traditionellen Einkommensquellen, den Fischfang und den Fellhandel ersetzt. Beides seien in den letzten Jahrzehnten zusammengebrochen. Die Fische aus dem See seien unverkäuflich. Die Regierung hat uns gesagt, wir sollten den Fisch nicht mehr essen, denn er sei arsenverseucht. Wir dürften höchstens einen Fisch pro Woche essen. Als ich klein war, haben wir zwei, drei Mal am Tag Fisch gegessen. Haben Sie euch den Grund genannt? Sie haben gesagt, das hätte natürliche Ursachen. Das sagt die Regierung. Und was denkst du? Ich denke, das kommt von der Industrie. Von den Zellstoffmühlen und der Ölindustrie. Das fließt alles hier rein. Aber nicht nur die Ölindustrie hat ihr traditionelles Leben auf dem Gewissen, erzählen sie hier. Mindestens ebenso schlimm sei eine andere Organisation. Die habe dafür gesorgt, dass sie von ihrem Land nicht mehr leben könnten. Greenpeace hat unserer Fellindustrie sehr geschadet. Als Greenpeace unsere Fellindustrie gekillt hat, wurden wir vom Land in die Gemeinde gezwungen. Das war eine riesige Umstellung für unser Volk. Steve Couturey ist Chief der Mickey Sucree. Heute feiern sie gemeinsam mit den Athabasca Chippewan Treaty Day. Den Vertrag mit der britischen Krone, der seit 1899 das friedliche zusammen... Zweieinhalb Millionen Menschen für kanadische Verhältnisse auf engstem Raum. Zwischen den Bergen der Pacific Coast Range und dem Ozean. Vancouver ist Kanadas pazifischer Umschlagplatz für den Handel mit Asien und den USA. Gut 50 Prozent der Bevölkerung gehört, so die Definition der kanadischen Regierung, einer sichtbaren Minderheit an. Im Vorort Richmond treffen wir auf Menschen, die ein recht merkwürdiges Problem zu haben scheinen. Ich habe Übergröße und ich finde keine Klamotten mehr, die mir passen. Ich kann in Richmond nicht mehr einkaufen. Mir bleibt nur noch der Safeway-Supermarkt übrig. Es wird immer schwieriger, Kleidung zu finden, wie einem passt. Der Kulturwandel spiegelt sich auch in der Kleidergröße. Mein Mann Jeff und ich haben ernsthaft überlegt, zurück nach England zu gehen. Hier war immer unser Zuhause. Wir hatten nie vor, zurück zu gehen. Wir sollten uns doch mal in den Einkaufszentren hier in Richmond umschauen. Dann würden wir verstehen, wovon sie sprechen. Und tatsächlich wird uns schlagartig klar, warum es hier schwer sein könnte, für übergewichtige weiße Frauen und Männer Kleidung in ihrer Größe zu finden. Mehr als 50 Prozent der Menschen, die in Richmond leben, kommen aus China und Hongkong. Joey Kwan ist PR-Chefin des Aberdeen-Einkaufszentrums, ist selbst mit ihren Eltern als Kind aus Hongkong eingewandert. Das Leben sei freier und sauberer als in China, aber viele Einwanderer würden dann doch etwas vermissen. Wir versuchen für sie, ein gehobenes Ost-West-Einkaufszentrum zu gestalten. So müssen sie nicht nach Hongkong, China oder sonst wo in Asien fliegen, um ihr gewohntes Essen zu bekommen und einzukaufen. Warum nicht einfach ins Auto steigen und herkommen? Wir treffen uns mit ihrem Chef. Thomas Fung ist einer der reichsten Kanadier. Herzstück seiner Geschäfte ist ein Handels- und Medienimperium. Er betreibt mehrere chinesischsprachige Fernsehstationen und Radiosender und er hat keinen Zweifel an einer glänzenden Zukunft Kanadas. Wasser, Holz, Metalle, sogar Nahrung. Wir haben davon genug, mehr als die Kanadier konsumieren können. Wenn wir diese Ressourcen exportieren, ist das für Kanadas Finanzen gut. Kanada ist ein guter Platz für Einwanderer aus der ganzen Welt und bietet auch die Möglichkeit für sehr gute Geschäfte. Und woher Wachstum und Einwanderung kommen, daran besteht hier in Richmond zumindest kein Zweifel. Es sind vor allem sehr reiche Chinesen, die ihr Geld hier in Kanada vor den Kommunisten zu Hause in Sicherheit bringen. Sie kaufen Häuser für ihre Angehörigen, sorgen vor für schlechte Zeiten. Die Preise explodieren. Carrie Starciuk und Roland Högler haben eine Initiative gegründet, Beweise gesammelt, Petitionen geschrieben. Sie haben sehr viel durchgemacht und ihre Kultur wurde verwässert. Aber dafür bin ich nicht verantwortlich. Alles, was ich machen kann, ist in die Zukunft schauen. Und nur, weil die Europäer nicht nett zu den Ureinwohnern waren, bedeutet es nicht, dass es sich wiederholen muss. Dass man es uns jetzt heimzahlen muss. Mit Rassismus hätte das alles nichts zu tun. Chinesisches Essen sei prima. Und selbstverständlich hätten sie nichts gegen Chinesen. Wenn die bloß nicht so chinesisch wären, denken wir uns dazu. Das hier ist die vorgelagerte Küste des Great Bear Regenwaldes. Es sind fast 1000 unbewohnte Inseln, die ihre ursprüngliche Flora und Fauna behalten haben. Das gibt uns die großartige Möglichkeit, diese Artenvielfalt in ihrem natürlichen Lebensraum auf den Inden zu studieren. Anderthalb Stunden sind wir von Vancouver Richtung Norden die kanadische Pazifikküste hinlang geflogen. Wir haben uns mit Ian McAllister verabredet. Ian hat uns gebeten, den genauen Standort nicht zu nennen. Denn das, was wir sehen würden, wahrscheinlich jedenfalls, sei so einmalig, dass er Trophäenjäger nicht auf die Spur bringen wolle. Es gibt hier eine Vielzahl von Wolfsrudeln auf diesen Außeninseln. Auf dieser abgelegenen Insel aber lebt ein ganz besonderes. Diese Wölfe leben ein richtiges Inselleben. Sie haben gelernt, die Ressourcen des Ozeans zu nutzen. Das ist ein außergewöhnliches Verhalten, ein einzigartiges. Ian McAllister ist ein weltweit bekannter Naturfotograf und Gründer der Umweltschutzorganisation Pacific Wild. Wochenlang liegen Ian und April seine Assistentin auf der Lauer, um solche Aufnahmen zu bekommen. Ihr Ziel ist es, die Schönheit der kanadischen Pazifikküste zu dokumentieren. Damit uns allen klar wird, was verloren geht, wenn wir nicht darauf achten. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Jeder große Ölkonzern dieser Welt investiert in den Alberta-Ölsand. Und sie alle wollen das Öl nach Asien exportieren. Es sollen Öl- und Gaspipelines durch den Great Bear-Regenwald gebaut werden, um dann an der Küste die Supertanker für den Transport nach Asien zu beladen. Das Risiko einer Ölkatastrophe an dieser extrem schwer zu navigierenden Küste ist sehr real. Wir Ureinwohner sind müde, nicht respektiert zu werden. Das Land wurde den Siedlern, unseren armen Besuchern geliehen, um Ackerbau betreiben zu können. Hast du die Ölsandminen gesehen? Wie tief die sind? Das war so nie abgemacht. Die Ölindustrie versucht, den aufkommenden Ärger zu dämpfen. 38 Millionen Dollar haben die internationalen Konzerne bereitgestellt dafür, dass Fort Chippewan neben dem Festplatz auch eine Sportarena und ein Schwimmbad bekommt. Auch die Stammesfeiern werden gesponsert. Hamburger Nudel- und Kartoffelsalat statt Wild und Fisch. Alles bezahlt von den Großen der Branche. Die tun alles, um ihr Image aufzupolieren. Denn in Fort Chippewan geht die Angst um. Fangen sie an, Fragen zu stellen. Wir haben hier viele Fälle von sehr seltenem Krebs in unserer Gemeinde. Mein Onkel hatte Krebs und ist daran gestorben. Meine Großmutter auch. Meine Tante hat überlebt und ich habe gerade erfahren, dass mein Sohn jetzt auch Krebs hat. Im Hals. Ich weiß nicht genau welchen. Der Doktor, der das alles herausgefunden und es dem Fernsehen erzählt hat, wurde gefeuert. Was ist die Ursache dieses Krebses? Wenn es nicht die Industrie ist, dann beweist es uns. Wenn es etwas anderes ist, dann lasst uns herausfinden, was es ist. Das ist unsere Heimat. Wenn die Industrie weg ist, sind wir immer noch hier. Und sie werden sich wieder anpassen müssen an das, was danach kommt. Von Fort Chippewan geht es für uns weiter nach British Columbia, an Kanadas wilde Pazifikküste. Über Vancouver nach Danny Island, an der Küste des Great Bear Rainforest, dem letzten intakten Regenwald auf der Nordhalbkugel. Wir sind spät losgekommen in Fort Chippewan und der Flug zieht sich. Sechs Stunden sind wir in der Luft. Die Überquerung des gewaltigen Massivs der Rocky Mountains. Mit einer einmotorigen Maschine hat es zumindest für uns in sich. Immer wieder Wetterfronten, immer wieder schaltet John von Autopilot auf Handsteuerung um. Aber er meint, wir sollten uns mal keine Sorgen machen. Ich würde helfen, pro Woche die Durchfahrt ermöglichen könnte. Für uns Inuit wird es dann schwer, das Gebiet zu nutzen. Es wird den traditionellen Lebensstil beeinträchtigen. Grundsätzlich sei das mit der Mine schon in Ordnung, meint Colin. Die Menschen bräuchten Jobs hier oben fernab von allem. Denn seit der Handel mit Seehundfällen zusammengebrochen sei, würden die meisten mittlerweile von staatlicher Unterstützung leben. Vor allem die Jungen hätten keine Perspektive mehr. Doch es müsse eine Balance gefunden werden zwischen Veränderung und Bewahrung der Kultur. Wir aber verlassen Pond Inlet mit dem Gefühl, dass es schwer wird für die Inuit, ihre Kultur gegen die Interessen der internationalen Tierschutzorganisationen und Minenbetreiber zu verteidigen. Hier in der Arktis, in Nunavut, in Kanadas Norden. Für uns geht es von Pond Inlet mit einem Tankstopp in Cambridge Bay, 2500 Kilometer Richtung Westen in die Provinz Yukon, nach Old Crow, 130 Kilometer nördlich des Polarkreises. Für mich ist das ganz klar ein Once-in-a-Lifetime-Trip. Das ist die Art von Auftrag, die sehr selten ist. Mit euch hier an all diese Orte zu fliegen, mein Land kennenzulernen, wie ich es noch nie gesehen habe, ist einfach unglaublich. Und ich glaube nicht, dass diese Chance in meinem Leben je wiederkommt. In Old Crow holt uns Dorfpolizist Adolf Mohr ab. Der Tower habe ihn gerufen, weil wir so viel Gepäck hätten, meint er. Er sei mal was anderes, meistens gehe es nur darum, Grisli-Bären zu verscheuchen. Die Jagdhütten plündern wollten. Wir werden Menschen treffen, die eine klare Vorstellung davon haben, was Freiheit bedeutet. Und die sorgenvoll in die Zukunft blicken. Hier, im Yukon. Als ich herkam, hattest du dein Gewehr auf dem Rücksitz deines Pick-up-Trucks. Man brauchte keine Sicherheitsgurte, konnte einfach losfahren. Jeder wusste, wo du bist, denn schließlich gab es nicht viele Plätze, zu denen man fahren konnte. Heute brauchst du einen Fahrradhelm für dies, einen Sicherheitsgurt für das. Dein Gewehr darf nicht mehr offen im Wagen liegen, sondern muss immer unter Verschluss sein. Je mehr Menschen hier leben, desto mehr Regeln und Vorschriften werden gemacht. Draußen aber, in der großen Weite, da gibt es sie noch. Die Freiheit. Die Freiheit. Sie haben die Seelöwin dem Jungtier zugespielt. Sie haben ihm gezeigt, wie man Seelöwen jagt. Es war eine beeindruckende Lehre und ein sehr seltenes Naturschauspiel. Unglücklicherweise war die Seelöwin nur ein Unterrichtswerkzeug. Die Killerwale seien wohl vollgefressen gewesen. Die schwerverletzte Seelöwin wird ihr Ende aber auf der Insel finden. Im Juni und Juli gebären die Wölfe ihre Welpen. Bedingt durch ihre Lage und zum Glück für das Rudel geben die angeschämten Meerestiere ausreichend Nahrung für ihre Neugeborenen her. Wir sind mit ihn und April unterwegs, wollen die Wölfe aufspüren. Ganz ungefährlich ist das nicht, denn auch Wölfe verteidigen ihre Jungen ihn, aber meint, es würde schon nichts passieren. Wir müssten uns nur ruhig verhalten. Am Strand finden wir Spuren. Ich denke, wir haben sie knapp verpasst. Vier, fünf Stunden seien die Spuren alt. Sie führen in den Regenwald. Und wir finden frischen Wolfskot. Das heißt, das Rudel muss in der Nähe sein. Sehr feine Haare sind da drinnen. Ich denke, das ist Seehund. Das Rudel hier sei einzigartig, auch genetisch und mit denen auf dem Festland nicht direkt verwandt. Über Jahre hat ihnen ihr Verhalten dokumentiert. Irgendwann einmal müssen sie viele Kilometer über das Meer geschwommen sein, um auf dieser Insel, um weit vor der Küste heimisch zu werden. Und sie haben sich dem Ökosystem angepasst. Auf das Rudel stoßen wir heute nicht. Zumindest unserem Team ist das ganz recht. Zurück in Danny Island überprüft ihn mit seinen Mitarbeitern, ob alle Kameras funktionieren. Auch die, die er repariert hat. Was Kanada für ihn bedeutet, wollen wir dann noch von ihm wissen. Ich würde gerne sagen, Hoffnung. Aber wenn wir es hier nicht hinbekommen, wenn wir mit all dem, was wir hier glücklicherweise haben, nicht ein Modell entwickeln, dem der Rest der Welt folgen kann, dann bin ich wirklich besorgt, ob wir die ökologische Kehrtwinde auf unserem Planeten schaffen. Für uns geht es weiter, zurück in den Osten Kanadas, 4000 Kilometer. Dem Ende unserer Reise rund um Kanada entgegen. Aber es fällt uns schwer, diesen Ort zu verlassen, der uns in seiner reinen Schönheit so fasziniert hat. Von Danny Island geht es mit zwei Zwischenlandungen nach Montreal, dem kulturellen Zentrum Kanadas. Eine Stadt, die sich so ganz... Wir Ureinwohner sind müde, nicht respektiert zu werden. Das Land wurde den Siedlern, unseren armen Besuchern geliehen, um Ackerbau betreiben zu können. Hast du die Ölsandminen gesehen? Wie tief die sind? Das war so nie abgemacht. Die Ölindustrie versucht, den aufkommenden Ärger zu dämpfen. 38 Millionen Dollar haben die internationalen Konzerne bereitgestellt dafür, dass von Chippewan neben dem Festplatz auch eine Sportarena und ein Schwimmbad bekommt. Auch die Stammesfeiern werden gesponsert. Hamburger Nudel- und Kartoffelsalat statt Wild und Fisch. Alles bezahlt von den Großen der Branche. Die tun alles, um ihr Image aufzupolieren. Denn in Fort Chippewan geht die Angst um. Fangen Sie an, Fragen zu stellen. Wir haben hier viele Fälle von sehr seltenem Krebs in unserer Gemeinde. Mein Onkel hatte Krebs und ist daran gestorben. Meine Großmutter auch. Meine Tante hat überlebt und ich habe gerade erfahren, dass mein Sohn jetzt auch Krebs hat. Im Hals. Ich weiß nicht genau welchen. Der Doktor, der das alles herausgefunden und es dem Fernsehen erzählt hat, wurde gefeuert. Was ist die Ursache dieses Krebses? Wenn es nicht die Industrie ist, dann beweist es uns. Wenn es etwas anderes ist, dann lasst uns herausfinden, was es ist. Das ist unsere Heimat. Wenn die Industrie weg ist, sind wir immer noch hier. Und sie werden sich wieder anpassen müssen an das, was danach kommt. Von Fort Chippewan geht es für uns weiter nach British Columbia, an Kanadas wilde Pazifikküste. Über Vancouver nach Danny Island, an der Küste des Great Bear Rainforest, dem letzten intakten Regenwald auf der Nordhalbkugel. Wir sind spät losgekommen in Fort Chippewan und der Flug zieht sich. Sechs Stunden sind wir in der Luft. Die Überquerung des gewaltigen Massivs der Rocky Mountains. Mit einer einmotorigen Maschine hat es zumindest für uns in sich. Immer wieder Wetterfronten, immer wieder schaltet John von Autopilot auf Handsteuerung um. Aber er meint, wir sollten uns mal keine Sorgen machen. Ich würde allen sagen, die etwas nervös sind, Sie haben die Seelöwin dem Jungtier zugespielt. Sie haben ihm gezeigt, wie man Seelöwen jagt. Es war eine beeindruckende Lehre und ein sehr seltenes Naturschauspiel. Unglücklicherweise war die Seelöwin nur ein Unterrichtswerkzeug. Die Killerwale seien wohl vollgefressen gewesen. Die schwerverletzte Seelöwin wird ihr Ende aber auf der Insel finden. Im Juni und Juli gebären die Wölfe ihre Welpen. Bedingt durch ihre Lage und zum Glück für das Rudel geben die angeschlemmten Meerestiere ausreichend Nahrung für ihre Neugeborenen her. Wir sind mit Ian und April unterwegs, wollen die Wölfe aufspüren. Ganz ungefährlich ist das nicht, denn auch Wölfe verteidigen ihre Jungen Ian, aber meint, es würde schon nichts passieren. Wir müssten uns nur ruhig verhalten. Am Strand finden wir Spuren. Ich denke, wir haben sie knapp verpasst. Vier, fünf Stunden seien die Spuren alt, sie führen in den Regenwald. Und wir finden frischen Wolfskot. Das heißt, das Rudel muss in der Nähe sein. Sehr feine Haare sind da drinnen. Ich denke, das ist Seehund. Das Rudel hier sei einzigartig, auch genetisch und mit denen auf dem Festland nicht direkt verwandt. Über Jahre hat ihnen ihr Verhalten dokumentiert. Irgendwann einmal müssen sie viele Kilometer über das Meer geschwommen sein, um auf dieser Insel, um weit vor der Küste heimisch zu werden. Und sie haben sich dem Ökosystem angepasst. Auf das Rudel stoßen wir heute nicht. Zumindest unserem Team ist das ganz recht. Zurück in Danny Island überprüft ihn mit seinen Mitarbeitern, ob alle Kameras funktionieren. Auch die, die er repariert hat. Was Kanada für ihn bedeutet, wollen wir dann noch von ihm wissen. Ich würde gerne sagen, Hoffnung. Aber wenn wir es hier nicht hinbekommen, wenn wir mit all dem, was wir hier glücklicherweise haben, nicht ein Modell entwickeln, dem der Rest der Welt folgen kann, dann bin ich wirklich besorgt, ob wir die ökologische Kehrtwende auf unserem Planeten schaffen. Für uns geht es weiter, zurück in den Osten Kanadas, 4000 Kilometer. Dem Ende unserer Reise rund um Kanada entgegen. Aber es fällt uns schwer, diesen Ort zu verlassen, der uns in seiner reinen Schönheit so fasziniert hat. Von Danny Island geht es mit zwei Zwischenlandungen nach Montreal, dem kulturellen Zentrum Kampel. Mary und Aubrey sind aus der Not heraus Krabbenfischer geworden. Als es immer weniger Kabeljau gab, waren unsere Netze plötzlich voll mit Krabben. Aber wir konnten nichts damit anfangen. Keiner wollte die. Eine kleine Firma hier in Neufundland hat dann nach einem Markt gesucht. Und der entwickelte sich. Immer mehr Leute wollten Krabben haben. Und so haben wir hier einer nach dem anderen mit dem Krabbenfischen angefangen. Man kann sagen, die Krabben haben uns hier in der Provinz gerettet. Mit einem Messgerät überprüfen Mary und die Crew, ob die Krabben die Mindestgröße haben. Es geht darum, den Bestand zu schützen, der ihre Lebensgrundlage ist. Aber Krabben sind zu einem Billigprodukt geworden, seit die Industrieflotten den Markt kontrollieren. Für Aubrey und Mary geht es um jedes Pfund. Wie viel bekommt ihr für einen Pfund? 2,45. Wir bekommen 2,45 Dollar. Der Preis sollte um die 3 Dollar liegen. Aber wenn wir Preise verhandeln, dann verhandeln wir zunächst Mindestpreise, unter denen es gar nicht mehr geht. Wir versuchen dann später nachzuverhandeln. Aber meistens bekommen wir doch nur den Mindestpreis. 2,45 Dollar. Wir durften erst an Bord, nachdem wir Mary unsere Hände gezeigt hatten. Denn Leute, die nicht hart arbeiten könnten, hätten an Bord nichts verloren. Die Künstler an Kamera und Ton seien entschuldigt. Aber einer sollte schon mit anpacken und nicht im Weg rumstehen. Und aufpassen sollten wir, dass wir nicht über Bord gehen, denn das sei schnell passiert. Ich habe mich im Fanggeschirr verheddert und wurde über Bord gezogen. Wir waren nur zu zweit an Bord. Eine schreckliche Situation. Ich war im Wasser und habe hochgeschaut und mir gedacht, eigentlich müsstest du da oben stehen und arbeiten. Und jetzt bin ich hier im Ozean. Ich denke, ich war völlig überarbeitet. Fast 10 Minuten war er im eisigen Wasser, bevor Mary ihn herausziehen konnte. Das überleben wahrscheinlich nur Neufundländer. Für uns geht der Tag nach bald 16 Stunden auf hoher See langsam zu Ende. Auf der Rückfahrt muss sich Aubrey wieder voll konzentrieren. Wir aber können uns kaum satt sehen. Was sie von Cita Cobb und ihrem Hotel hält, dem Fogo Island Inn, fragen wir Mary. Und sie gerät ins Schwärmen. Eines Tages bekamen wir eine Einladung per Post. Jede Seele hier auf der Insel bekam eine kostenlose Übernachtung. Und wir wurden wie Könige behandelt. Was hast du gedacht, als die Idee für das Hotel zum ersten Mal aufkam? Ich habe nicht gedacht, dass das hier funktionieren würde, dass Gäste kommen. Aber ich kannte Cita Cobb nicht. Jetzt, wo ich sie getroffen habe, habe ich keine Zweifel mehr, dass sie die Leute herbringen wird. Zurück im Hafen muss der Fang den Fischerei-Inspektoren vorgeführt werden. Die Kontrollen sind streng. Denn den Fischern hier auf Fogo könnte schon bald das bevorstehen, was sie vor 50 Jahren schon einmal durchgemacht haben, als der Kabeljau verschwand. Erzählt uns Phil Barnes, Geschäftsführer der Kooperative. Doch es gäbe einen Unterschied zu damals. Es gibt diesmal nichts mehr, worauf wir zurückgreifen könnten. Es gibt keinen Fisch als Ersatz. Wir haben auf Muscheln, Kappen und Schrimp umgestellt, als der Kabeljau verschwand. Aber diesmal bitten Schutz gegen Mücken und Grizzlybären. Eines aber ist dann doch sehr viel leichter, als es die meisten Reisenden wohl gewohnt sind. Das ist die Grenze zwischen Kanada und den USA. Du darfst da nicht rüber gehen, nur ich darf das. Du kannst mich aber nicht stoppen. Hey, den Pass bitte. Du darfst jetzt nicht mehr zurück. Sie beobachten uns vom Satelliten aus. Die sehen dich jetzt auf ihrer Seite. Jetzt hast du ein Problem. Im Winter hätten sie weiter nördlich schon Spuren von russischen Bärenjägern gefunden. Die Russen seien über das arktische Eis gekommen. Hier im Norden gibt es keine echten Grenzen. Harald und sein Sohn führen uns tief in den Wald. Harald Junior ist mit dabei, falls ein Grizzly durchs Unterholz bricht. Harald Senior will uns zeigen, wie man eine ordentliche Wolfsfalle stellt. Er ist stolz auf das, was er tut, denn er gilt hier im Norden als der beste Fallensteller. Die Schlinge wird in einen Wildpfad gehängt. Darunter dann ein Stock, damit der Wolf den Kopf nicht senkt. Die Schlinge fällt dann auf seinen Rücken. Der Wolf geht weiter und die Schlinge zieht sich um seinen Hals. So mache ich das. Wichtig sind saubere Handschuhe wegen des Geruchs. Die hier sind nur zur Demonstration. Zu Hause zeigt er uns dann seine anderen Fallen. Für Vielfraß, Luchse, Nerze, Marder. Viele hat er selbst gebaut. Und dann präsentiert er uns seinen ganzen Stolz. Das hier sind Blauwölfe. Sind die was Besonderes? Ja, die sind sehr selten. Wenn du Glück hast, dann fängst du einen im Leben. Mein Vater hat sein ganzes Leben keinen gefangen. Sein ganzes Leben keinen einzigen Blauwolf. Und du hast zwei? Ja, zwei. Es gibt Leute, die sagen, ihr solltet das nicht mehr tun. Was sagst du denn denen? Wir müssen tun, was wir tun müssen. Es gibt Leute, die sehen es nicht gerne, wenn Tiere getötet werden. Aber unsere Leute überleben dadurch. Unsere Vorfahren brauchten die Fälle, um sich gegen die Kälte zu schützen. Wenn sie das nicht gemacht hätten, dann gäbe es uns als Stamm nicht mehr. Aber warum machst du das denn heute immer noch? Das wäre doch gar nicht mehr nötig, oder? Ich mache das, weil ich mit meinem Vater Fallen gestellt habe. Und dieses Wissen an meinen Sohn und meinen Enkel weitergeben muss. Damit das Fallenstellen bei uns nicht in Vergessenheit gerät. Außerdem hätten Fälle nach wie vor einen recht praktischen Nutzen hier, wo es nur fünf Monate im Jahr von Mai bis September Temperaturen von über 0 Grad Celsius gäbe. Schwerer einzuschlagen. Aber sie kommen trotzdem rein, wenn sie wollen. 1903 setzten die USA eine Grenze mitten durch das Siedlungsgebiet der Wututkwitschin, die hier seit mehr als 10.000 Jahren leben. Harald stellte das viel später vor ein Problem, das er beherzt löste und er sagt etwas, was sie drüben in den USA wahrscheinlich nicht so gerne hören. Etwas, was aber die meisten Kanadier denken. Meine Frau kommt aus den USA, ich bin rüber und habe sie von dort gerettet, denn das hier ist God's Own Country. Es gibt keinen besseren Platz auf der Welt. Auch wenn ich es mir gut vorstellen könnte, mal nach Hawaii zu kommen und mal am Strand zu liegen, aber das hier ist mein Leben. Harald ist auch eine Art Baubeauftragter des Stammes. Werkzeug, Arbeiter, alles muss über hunderte Kilometer auf dem Fluss hierher transportiert werden. Denn Straßen gibt es nicht. Zwei Dinge, davon auf gar keinen Fall vergessen, wenn man hier unterwegs ist. Insektenspray und die Winchester. Schutz gegen die Kleinsten und die Größten. Schutz gegen Mücken und Grizzlybären. Eines aber ist dann doch sehr viel leichter, als es die meisten Reisenden wohl gewohnt sind. Das ist die Grenze zwischen Kanada und den USA. Du darfst da nicht rüber gehen, nur ich darf das. Du kannst mich aber nicht stoppen. Hey, den Pass bitte. Du darfst jetzt nicht mehr zurück. Sie beobachten uns vom Satelliten aus. Die sehen dich jetzt auf ihrer Seite. Jetzt hast du ein Problem. Im Winter hätten sie weiter nördlich schon Spuren von russischen Bärenjägern gefunden. Die Russen seien über das arktische Eis gekommen. Hier im Norden gibt es keine echten Grenzen. Harald und sein Sohn führen uns tief in den Wald. Harald Junior ist mit dabei, falls ein Grizzly durchs Unterholz bricht. Harald Senior will uns zeigen, wie man eine ordentliche Wolfsfalle stellt. Er ist stolz auf das, was er tut, denn er gilt hier im Norden als der beste Fallensteller. Die Schlinge wird in einen Wildpfad gehängt. Darunter dann ein Stock, damit der Wolf den Kopf nicht senkt. Die Schlinge fällt dann auf seinen Rücken. Der Wolf geht weiter und die Schlinge zieht sich um seinen Hals. So mache ich das. Wichtig sind saubere Handschuhe wegen des Geruchs. Die hier sind nur zur Demonstration. Zu Hause zeigt er uns dann seine anderen Fallen. Für Vielfraß, Luchse, Nerze, Marder. Viele hat er selbst gebaut. Und dann präsentiert er uns seinen ganzen Stolz. Das hier sind Blauwölfe. Sind die was Besonderes? Ja, die sind sehr selten. Wenn du Glück hast, dann fängst du einen im Leben. Mein Vater hat sein ganzes Leben keinen gefangen. Sein ganzes Leben in sich. Immer wieder Wetterfronten, immer wieder schaltet John von Autopilot auf Handsteuerung um. Aber er meint, wir sollten uns mal keine Sorgen machen. Ich würde allen sagen, die etwas nervös werden, wenn wir durch Turbulenzen fliegen, in einem Flugzeug zu sein, ist wie in einem Boot zu sitzen. Die Turbulenzen sind nichts anderes als Wellen auf dem Wasser. Aber auch die können klein oder ganz schön groß und furchteinflößend sein. Da sind wir uns einig. Es ist knapp 9 Uhr abends, als Vancouver in Sicht kommt. Anders als im Norden wird es hier wieder dunkel. Vancouver ist so ziemlich genau das Gegenteil dessen, was wir auf unserer Reise rund um Kanada bislang gesehen haben. Zweieinhalb Millionen Menschen für kanadische Verhältnisse auf engstem Raum zwischen den Bergen der Pacific Coast Range und dem Ozean. Vancouver ist Kanadas pazifischer Umschlagplatz für den Handel mit Asien und den USA. Gut 50 Prozent der Bevölkerung gehört, so die Definition der kanadischen Regierung, einer sichtbaren Minderheit an. Im Vorort Richmond treffen wir auf Menschen, die ein recht merkwürdiges Problem zu haben scheinen. Ich habe Übergröße und ich finde keine Klamotten mehr, die mir passen. Ich kann in Richmond nicht mehr einkaufen. Mir bleibt nur noch der Safeway-Supermarkt übrig. Es wird immer schwieriger, Kleidung zu finden, wie einem passt. Der Kulturwandel spiegelt sich auch in der Kleidergröße. Mein Mann Jeff und ich haben ernsthaft überlegt, zurück nach England zu gehen. Hier war immer unser Zuhause. Wir hatten nie vor, zurückzugehen. Wir sollten uns doch mal in den Einkaufszentren hier in Richmond umschauen. Dann würden wir verstehen, wovon sie sprechen. Und tatsächlich wird uns schlagartig klar, warum es hier schwer sein könnte, für übergewichtige weiße Frauen und Männer Kleidung in ihrer Größe zu finden. Mehr als 50 Prozent der Menschen, die in Richmond leben, kommen aus China und Hongkong. Joey Kwan ist PR-Chefin des Aberdeen-Einkaufszentrums, ist selbst mit ihren Eltern als Kind aus Hongkong eingewandert. Das Leben sei freier und sauberer als in China, aber viele Einwanderer würden dann doch etwas vermissen. Wir versuchen für sie, ein gehobenes Ost-West-Einkaufszentrum zu gestalten. So müssen sie nicht nach Hongkong, China oder sonst wo in Asien fliegen, um ihr gewohntes Essen zu bekommen und einzukaufen. Warum nicht einfach ins Auto steigen und herkommen? Wir treffen uns mit ihrem Chef. Thomas Fung ist einer der reichsten Kanadier. Herzstück seiner Geschäfte ist ein Handels- und Medienimperium. Er betreibt mehrere... Iqaluit war der zweite Tankstopp, seit wir vor fünf Stunden in Neufundland aufgestiegen sind. Knapp drei Stunden liegen noch vor uns, nach Pond Inlet in der Arktis. Es ist ein schier endloser Flug über Schnee und Eis. Nunavut, so heiß die Region hier oben, ist fast sechsmal so groß wie Deutschland. Und doch leben hier im ewigen Eis nur gut 30.000 Menschen. Es ist neun Uhr abends, Pond Inlet kommt in Sicht. Ein kleiner brauner Fleck im endlosen Weiß. Schon der Anflug atemberaubend. Es gibt nur wenige Siedlungen auf der Welt, die noch weiter nördlich liegen. Jetzt im Juni geht die Sonne nicht mehr unter. Und wir verlieren schnell jegliches Zeitgefühl. Noch mitten in der Nacht spielen die Kinder auf der Straße. Der Lebensrhythmus richtet sich nicht mehr nach Tag und Nacht. Am nächsten Morgen treffen wir uns mit Colin Saunders. Er ist so etwas wie der Verwaltungschef der Gemeinde. Und eine Illusion will er uns gleich, will er uns von Anfang an nehmen. Es gibt jede Menge Märchen, die andere Kulturen über uns Inuit erzählen. Aber hört zu, wir Inuit rubbeln unsere Nasen nicht aneinander. Das ist ein uraltes Märchen aus der Zeit der Walfänger, das sich schon ewig hält. Wir riechen an den Bäckchen unserer frisch geborenen Babys, daher kommt das. Also kein Nasenrubbeln? Nein, kein Nasenrubbeln. Nein, Inuit rubbeln sich nicht die Nasen. Ich bin froh, dass wir das schon mal geklärt haben. Bevor wir aber weiter drehen, sollten wir besser mit dem Bürgermeister sprechen, mein Colin. Denn die Leute hier seien misstrauisch gegenüber ausländischen Journalisten, besonders solchen mit Kamera. Und das ist der Bürgermeister. Wir treffen ihn bei seinen Hunden. Er gilt als der beste Jäger hier im arktischen Norden. Und es heißt, man müsse hoffen, dass er und seine Huskys nach einem suchen, wenn man im Eis verloren ginge. Keiner kenne die Arktis und ihre Gefahren besser. Und Charlie Inuarak legt gleich los. Er spricht Inuktitut, die Sprache der Inuit. Ihr Europäer glaubt doch alles. Jeden Mist, den man euch erzählt. Ihr wart noch nie hier und glaubt trotzdem, dass wir hier 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, das ganze Jahr über jagen gehen. Aber so ist das nicht. Wir jagen im Sommer genau so viel, dass wir für unsere Familien im Winter genügend Fleisch haben. Es ist nicht so, wie Ihr Europäer glaubt, dass wir hier wahllos Robben töten. Wir sind Inuit. Wir müssen das tun. Wir sind Inuit. Wir müssen das tun. Wir haben uns mit Roy vom Stamm der Athabasca Chippewan verabredet. Roy ist eine Art Flusttaxifahrer. Denn auch nach Chippewan gibt es keine Straße. Auf dem Weg wollen wir Bilder machen von den Ölfeldern, die sich hinter den bepflanzten Uferböschungen verbergen. Die Konzerne hatten eine Drehgenehmigung verweigert. Und Roy lehnt ab, anzuhalten. Wenn Ihr Bilder machen wollt, dann müsst Ihr sie schnell machen. Ich werde nicht langsamer fahren. Deren Sicherheitsdienst hat Boote. Sind die in uns her? Sie werden es zumindest versuchen. Deswegen haben Sie die Sicherheit da. Sie wollen nicht, dass Bilder gemacht werden. Merkt euch das. Mit Vollgas geht es dann flussabwärts. Als die Baustelle für eine gigantische Pumpstation in Sicht kommt, dreht Roy noch einmal auf. Nervös blickt er sich um und man spürt, dass er wirklich Angst hat. Er kann es sich nicht leisten, hier auf dem Fluss Ärger zu bekommen. Die haben Jetboote. Die können überall sein. Auch da in den Seitenarmen. Wovor haben die denn solche Angst? Uns dämmert, dass hier mitten in Kanada etwas nicht stimmt. Acht Stunden sind wir auf dem Athabasca unterwegs. Es ist kalt und immer wieder Regenschauer. Ein Höllenritt, den wir so schnell nicht vergessen werden. Für die Menschen hier oben aber täglich Brot. Als wir schließlich in Fort Chippewan am Athabasca-See ankommen, hatten wir alles erwartet. Nur nicht das. Rasensprenger, Luxus-SUVs, wohlhabende Kleinstadt-Idylle, mitten in den Wäldern Kanadas. In einer Stadt, zu der keine Straße führt und die selbst nur eine geteerte Straße hat. Albert Mercury arbeitet für den Stamm der Chippewan. In den letzten 40 Jahren hätte sich hier alles verändert. Der Reichtum der Leute hier habe einen Grund. Das Geld kommt von den Ölfirmen. Viele haben drei Quarts, drei Autos. Drei, vier von allem. Große Häuser. Man kann das Geld sehen. Die Firmen zahlen allein 50.000 Dollar Antrittsprämie, wenn du für sie arbeitest. Um Ackerbau betreiben zu können. Hast du die Ölsandminen gesehen? Wie tief die sind? Das war so nie abgemacht. Die Ölindustrie versucht, den aufkommenden Ärger zu dämpfen. 38 Millionen Dollar haben die internationalen Konzerne bereitgestellt dafür, dass Fort Chippewan neben dem Festplatz auch eine Sportarena und ein Schwimmbad bekommt. Auch die Stammesfeiern werden gesponsert. Hamburger Nudel- und Kartoffelsalat statt Wild und Fisch. Alles bezahlt von den Großen der Branche. Die tun alles, um ihr Image aufzupolieren. Denn in Fort Chippewan geht die Angst um. Fangen Sie an, Fragen zu stellen. Wir haben hier viele Fälle von sehr seltenem Krebs in unserer Gemeinde. Mein Onkel hatte Krebs und ist daran gestorben. Meine Großmutter auch. Meine Tante hat überlebt und ich habe gerade erfahren, dass mein Sohn jetzt auch Krebs hat. Im Hals. Ich weiß nicht genau welchen. Der Doktor, der das alles herausgefunden und es dem Fernsehen erzählt hat, wurde gefeuert. Was ist die Ursache dieses Krebses? Wenn es nicht die Industrie ist, dann beweist es uns. Wenn es etwas anderes ist, dann lasst uns herausfinden, was es ist. Das ist unsere Heimat. Wenn die Industrie weg ist, sind wir immer noch hier. Und sie werden sich wieder anpassen müssen an das, was danach kommt. Von Fort Chippewan geht es für uns weiter nach British Columbia, an Kanadas wilde Pazifikküste. Über Vancouver nach Danny Island, an der Küste des Great Bear Rainforest, dem letzten intakten Regenwald auf der Nordhalbkugel. Wir sind spät losgekommen in Fort Chippewan und der Flug zieht sich. Sechs Stunden sind wir in der Luft. Die Überquerung des gewaltigen Massivs der Rocky Mountains. Mit einer einmotorigen Maschine hat es zumindest für uns in sich. Immer wieder Wetterfronten, immer wieder schaltet John von Autopilot auf Handsteuerung um. Aber er meint, wir sollten uns mal keine Sorgen machen. Ich würde allen sagen, die etwas nervös werden, wenn wir durch Turbulenzen fliegen, in einem Flugzeug zu sein, ist wie in einem Boot zu sitzen. Die Turbulenzen sind nichts anderes als Wellen auf dem Wasser. Aber auch die, eine einmotorige Maschine, hat es zumindest für uns in sich. Immer wieder Wetterfronten, immer wieder schaltet John von Autopilot auf Handsteuerung um. Aber er meint, wir sollten uns mal keine Sorgen machen. Ich würde allen sagen, die etwas nervös werden, wenn wir durch Turbulenzen fliegen, in einem Flugzeug zu sein, ist wie in einem Boot zu sitzen. Die Turbulenzen sind nichts anderes als Wellen auf dem Wasser. Aber auch die können klein oder ganz schön groß und furchteinflößend sein. Da sind wir uns einig. Es ist knapp 9 Uhr abends, als Vancouver in Sicht kommt. Anders als im Norden wird es hier wieder dunkel. Vancouver ist so ziemlich genau das Gegenteil dessen, was wir auf unserer Reise rund um Kanada bislang gesehen haben. Zweieinhalb Millionen Menschen für kanadische Verhältnisse auf engstem Raum zwischen den Bergen der Pacific Coast Range und dem Ozean. Vancouver ist Kanadas pazifischer Umschlagplatz für den Handel mit Asien und den USA. Gut 50 Prozent der Bevölkerung gehört, so die Definition der kanadischen Regierung, einer sichtbaren Minderheit an. Im Vorort Richmond treffen wir auf Menschen, die ein recht merkwürdiges Problem zu haben scheinen. Ich habe Übergröße und ich finde keine Klamotten mehr, die mir passen. Ich kann in Richmond nicht mehr einkaufen. Mir bleibt nur noch der Safeway-Supermarkt übrig. Es wird immer schwieriger, Kleidung zu finden, wie einem passt. Der Kulturwandel spiegelt sich auch in der Kleidergröße. Mein Mann Jeff und ich haben ernsthaft überlegt, zurück nach England zu gehen. Hier war immer unser Zuhause. Wir hatten nie vor, zurück zu gehen. Wir sollten uns doch mal in den Einkaufszentren hier in Richmond umschauen. Dann würden wir verstehen, wovon sie sprechen. Und tatsächlich wird uns schlagartig klar, warum es hier schwer sein könnte, für übergewichtige weiße Frauen und Männer Kleidung in ihrer Größe zu finden. Mehr als 50 Prozent der Menschen, die in Richmond leben, kommen aus China und Hongkong. Joey Kwan ist PR-Chefin des Aberdeen-Einkaufszentrums, ist selbst mit ihren Eltern als Kind aus Hongkong eingewandert. Das Leben sei freier und sauberer als in China, aber viele Einwanderer würden dann doch etwas vermissen. Wir versuchen für sie, ein gehobenes Ost-West-Einkaufszentrum zu gestalten. So müssen sie nicht nach Hongkong, China oder sonst wo in Asien fliegen, um ihr gewohntes Essen zu bekommen und einzukaufen. Warum nicht einfach ins Auto steigen und herkommen? Wir treffen uns mit ihrem Chef. Thomas Fung ist einer der reichsten Kanadier. Herzstück seiner Geschäfte ist ein Handels- und Mieter.